In diesem Video seht ihr meinen kompletten Push von Bronze bis Meister in Ranked. Wir haben unfassbar viele geile Belohnungen, Ranked Startups, legendäre Startups und absolut krasse Matches. War ein sehr aufwendiges Video, also viel Spaß. Creator Code? JoJonas. Let's go. Bronze 2 erreicht der erste Rang. Halbe Stunde, fairerweise. Wir hatten natürlich langes Matchmaking. Oha, ja, ist okay. Bronze Kampfkarte. Ah, Blink ist am wahrscheinlichsten. Mal schauen. Hoffentlich. Wenn wir jetzt einen Skin kriegen, bin ich sehr happy. Was? Wie geil ist das denn bitte? Hä? Also auf dem Deathblade war das übel unwahrscheinlich. Kann natürlich sein, dass die Chancen auf dem Entwickler-Account schlechter waren als im echten Spiel. Im Wegerschwein hatten wir auch weniger Star-Drops. Ah, das ist ja ultra krass. Können wir einfach einen coolen Maisie-Skin bekommen direkt. Schaut euch einen Skin an, der ist ohne Witz auch echt geil gelungen. Vor allem auch die Ulti. Äh, übel geil. Also da bin ich jetzt schon mal sehr zufrieden bisher mit den Belohnungen. Nach einer Stunde jetzt. Das ist ein scheidende Game für Bronze 3. Geht doch, wir sind drin. Junge, die Profile kommen auch schon geil rein hier. Nicht richtig nice gemacht. Maisie ist ein sehr guter Pickett hier gewesen direkt. Guck mal, jetzt können wir hier richtig schön noch die ganzen Gegner rausnehmen. Die laufen hier auch komplett rein einfach. Zack. Guck mal jetzt hier. Zack. Digga, mein Mais... Junge, ich hab was alle drei gekillt. Was ist denn das? Was macht er mit dem Ball da hinten? Egal. Oh mein Gott, Junge. Also sorry, der Carry ist immer ein anderes Level. Maisie ist hier gewesen. Man ist aber selber bei noch safe. Nice. Junge. Maisie ist aber auch echt OP aktuell. Okay, komm, noch ein Kill. Dann haben wir's. Zack. Das bockt so hart gerade, ne? Bam. Was war ein bisschen arg offensiv? Egal. Ja. Ey, das war der beste Carry, den ich, glaube ich, gefühlt je hatte. Nice, Mann. Ey, das ist... Wir sind halt nicht so hoch, aber schau dich das an. Ey, die Sets waren gar nicht so krass, aber guck mal den Schaden. Hat er gesehen. Hat er gesehen. Ich war nicht mal Starspieler für die Runde, Junge. So, weil der die Kills abgesch... Oh, ich hab... Ich hab... Keine Ahnung, Mann. Hier kann ich nicht Starspieler gewesen sein bei der Runde. Da haben wir jetzt, brauche sie drei, Junge. Wie geil ist das, bitte? Okay, let's go. Ich sag Bling. Ja, schade. Aber ey, wir haben schon einen Skin bekommen. Ich hätte Bling nicht callen dürfen. Auf geht's. Wir gehen rein in die entscheidende Runde für selber mit Brock. Die Merp wird sich zerstören. Das ist geile. Da können wir nochmal besser reingehen. Muss halt vor allem diesen Dings rausnehmen. Genau, das hier mit Jump. Oh, das ist so ein guter Jump gewesen. Kann ich halt schon mal schön hier reingehen. Schön die Mitte schießen. Ah, nicht ganz getroffen. Na, auch nicht ganz getroffen. Wir Damage nehmen sollen, fällt mir grad auf. Egal. Aber schon mal sehr guter Schaden, auch an dem Tresor. Das ist gut. Oh, da ist der Brock gekommen, plötzlich. Okay, das war sehr random. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also irgendwie... Das ist grad gar nicht mehr, ne? Hier. Das ist sehr gut. Halt die Map offen. Ich weiß nicht, ob Brock die beste Wahl war jetzt im Nachhinein. Was macht eigentlich der Code? Kann das sein, dass der Spike nicht checkt, wenn man den Modus spielt und die ganze Zeit hinten chillt? Okay, da müssen wir extrem aufpassen. Schön, beide rausgenommen jetzt. Ignoriert bitte den Cross. Ihr müsst Damage machen, Leute. Ihr müsst Schaden machen. Die checken es nicht. Oh, ich war da. Jetzt. Schaden machen. Ertl müssen es aufpassen. Ich kann jetzt eines extrem Damage machen auf der Ebene und Tresor. Ah, die Führen sowieso, sehe ich grad. Ich hab das jetzt erst gecheckt. Sehr schön. Das sieht sich sehr gut aus. Oh, das sieht wirklich gut aus. Nice. 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 Das war gut. Das war gut. Wir sind Silber. Wir sind offiziell in Silber und kriegen einen epischen Startup damit. Sehr, sehr, sehr geil. 125 plus. Wichtig. Und öffnen. Münzen. Auf Ernst waren echt gute Mates. Also klar, es geht immer besser. Aber okay, das ist es los. Ich kann auch noch mal, wie er sich reinwirft. So. Mit Aggression. Nice. Mal Double Kill. Wichtig. Wir haben es geschafft, Leute. Wir sind auf der nächsten Stufe. Let's go. Wir sind in Silber 2. Wichtig. Okay, jetzt bitte Glück. Hoffen darauf, dass wir was bekommen. Bitte den neuen Dynamics-Skin. Ist ein cooles Icon. Ich will nichts sagen. Ist ein cooles Icon. Aber ist nicht, was ich halt wollte. Ah, schade. Geht doch. Oh mein Gott, Junge. Komm. Ich hab's echt probiert zu verteidigen. Ich kann nicht mehr machen. Ich kann wirklich nicht mehr machen. Ja. Er hat verkackt. Er hat so einfach... Habt ihr's gesehen? Er hat so heftig verkackt. Oh mein Gott. Wo ist der Ball? Wo ist der Ball da? Ball weg in die Ecke. Ball weg in die Ecke einfach. Let's go. Let's go. Oh mein Gott, der Carry. Let's go. 8 zu 1, Junge. Geil. 144. Ich glaube, ich kriege mehr Plus, wenn ich Solo spiele. Ausgerechnet jetzt gerade ging's. Ganz gewartet. Sehr gut. Let's go. Endlich. Boah, wichtig. Tata. Ach, Zerstörung. Ich hab's nicht gecheckt. Echt nicht gecheckt. Naja. Ist auf jeden Fall das 1 zu 0 normalerweise. Naja, du kannst easy reinlaufen. Das ist gar kein Problem. Oh mein Gott. Nein. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Ich hab irgend so einen Idioten. Jetzt hab ich auch noch meine Ult wasten müssen. Och, Junge. Ja, freu dich doch, Alter. Am Ende verlieren wir noch wegen dir. Spiel gescheit, Mann. Danke. Ich bin so sauer auf die Leute immer, ne? Digga, er misst den Ball noch. Was ist denn mit Ult nach vorne? Und nach Tor? Digga. Keine Ult. Boah, die weggehauen. Ich hasse es immer, ne? Wenn man dann selber reinspettet. Easy win. Und dann überkacken ist die Mates noch. Plus 109. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es mehr ist als... 3 vs. 3. Nice. Junge. Nani ist es wirklich für der Map, ne? Das war so ein Carry. Sechs ehrlich, ne? Keil. 111. Alcoholjack hier. Okay, auf geht's. Fault natürlich auch nervig. Aber wir haben eine sehr gute Komb. Fang, ein bisschen random, aber ist okay. Muss, glaube ich, Mitte als Pam eigentlich. Wo er geht jetzt Mitte, dann gehe ich halt nicht Mitte. Der stirbt direkt. Perfekt. Nice. Schön auch gedingst. Prediktet. Ja, okay. Ist Lost gestorben jetzt hier von Duo. Ist okay, ist okay. Hat wichtig, meine Ulti zu kriegen jetzt hier irgendwie. Geil. Er spielt gut, er spielt gut. So, ein bisschen nach hinten, die Ulti. Die waren ein bisschen sehr weit nach hinten. Leider fällt mir gerade auf, aber ist egal. Munitions-Roll daneben, egal. Ja, Pam wiegt sehr gut bisher. Ah, cool. Silber 3. Das heißt, noch ein weiterer Ranked Startup. Der vierte heute. Reinblicken. Ah, klar, dass ich Blicken kriege. Mann, ich will doch nur den Dynamics-Skin heute kriegen. Oh, okay. Ist schon wild. 188 plus jetzt für den Win. Oh, okay. Krass. Das heißt, es ist die entscheidende Runde für Gold. Munitions-Nachladung hier. Ich gehe direkt in die Mitte. So, direkt hier schön versuchen wegzuhalten vom... Genau. Oh, er ist direkt gestorben. Das ist gar nicht. Wollte nicht aufpassen. Oh, shit, Junge. Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist, aber irgendwie... Das Tyx ist halt irgendwie direkt gestorben. Und dann hatten wir direkt einen ganz krassen Druck. Aber, okay, es geht, es geht, es geht. Ich kann dann doch den Kill machen. Ja, ich versuche die Pipe hier so ein bisschen drin zu halten. Das ist okay. Das ist okay. Ich werde nochmal versuchen, hier so ein bisschen drauf zu schießen. Knapp. Sehr schön. Sieben... Junge, schön, 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 schön. Kann ich hier schön als Tick auch auf den Spike schießen? Da muss ich aufpassen wegen seiner Ulti. Das war nicht gut von ihm, oder? Habe ich da noch... Ah, geht noch, geht noch, geht noch. Sieben, neun. Ist er da noch gestorben, egal. Reflektion. Ist okay, Junge. Was ist eine wilde Runde? Hä? Was geht ab in dieser Runde, bitte? Sehr schön wieder getroffen. So, meinen Kopf habe ich jetzt aufgehoben. Schöne Kills hier von den Gegnern. Äh, von meinen Mates. So, Kopf habe ich noch am Start. Links ist gut low gerade. Hyper kann ich jetzt auch... Jetzt kann ich die schön zurückhalten hier auch. Was das gar nicht mal so schlecht ist eigentlich. Da sehe ich jetzt nicht die Piper in die offene Lane gehen. Schade, Mann. Schade, schade. Kopf haben wir gesetzt. Ah, nicht gut. Der Kopf war auch nicht unbedingt gut. Leider beide gestorben. Hm, schwierig. Kann ich jetzt halt wenig machen hier als Dings, natürlich, ne? Jetzt macht sie auch noch auf. Ist halt noch offener. Ja, ich treffe schon ein bisschen. Aber ich meine, ich kann jetzt halt keine Kills hier rausholen oder so, ne? Natürlich nicht als Tick. Ah, ist wieder. Guter Assist. Junge, was ist das für ein Level aber auch? Komm nicht sterben. Ich weiß nicht, wie ich mehr Plus kriege, wenn ich eine bessere Leistung zeige. Ich habe schon das Gefühl. Nice. Schönes Gadget. Wir gewinnen das. Boah, das Gadget hat ihn übel gehopst. Er dachte, er hat mich. Das Gadget hat ihn richtig gehopst nochmal. Kannst einfach nicht sterben, Mann. Hyper weghalten. Das Gadget hat ihn richtig gehopst nochmal. Geil, Mann. Weil er dachte, er hat mich. Und am ersten Mal ist es sogar vorbei gewesen oder so, ne? Geil, Mann. Schöne Runde. Gold. Gold. Gold 1, Mann. Geil. Kriegen einen mythischen Drop. Ah. Kann man einen Screenshot machen. Das ist eigentlich cool aus. Geil. Aber die Kampfkarte ist wild. Mit dem Geräusch. 182 plus. Sehr schön. Ich hab die rausgenommen. Was? Wie gut hab ich die getroffen gerade? Ich wollte eigentlich die nur ein bisschen anhitten damit. Aber gut. Da nehme ich eigentlich auch hin. Oh. Ich bin halt ein Ulti zu geben. Ist echt lost. Es wäre so wichtig, dass er seine Ulti noch wasted auf uns. Bitte. Er macht es auch geil. War so wichtig. Es war sehr lost. Irgendwie noch. Also hätte... Er hätte eigentlich nicht klappen können bei drei Leuten. Nee, nee. Es war lost. Oh, es war schlecht. Das wollte ich natürlich nicht. Oh, meine Mates sind übel gut, die Runde. Schmeckt. Das Geld ist hier noch schön reingebaltet. Schöne Runde. Für den Olds-Darspieler. Das war schlecht. Treff nicht. Du bist ein Edgar. Du bist kein... Keine Ahnung was. Okay. Der macht das eigentlich mal so schlecht. Glaube ich. Achtung. Ist das ja noch Scott. Schöne Ulti. Ach, Schinny noch nicht zurück. Aber der war, glaube ich, auch reinig aufgeschlagen. Schön. Äh, aufgeschlagen, aufgeladen. 5-1 Starspieler. Aber ihr seht auch... Und das finde ich wieder schade. Viele meinten ja vorhin, die Kills zählen würden zählen. Die Performance, alles. Zählt gar nichts. Ich meine, das war jetzt ein sehr schönes Spiel von mir. Bei Schnellfeuer immer Jean. Ah, nee, oder? Joa, Jean ein guter Vorschlag, aber ich glaube, Nani ist schon besser. Schauen. Läuft mit Nani. Spike, Brock, aber ein bisschen lost eigentlich. Brock hat es keinen. Sonst zum Nachladen oder so. Jellige Mates. Oh, Lacka. Doch kein Lacka. Ja, wir hätten einen Werfer gebraucht jetzt, ne? Du weißt schon, dass er dich absolut weghauen wird, wenn du da hingehst, ne? Oder auch so natürlich, okay. Wir müssen kriegen, sehr schön. Hä? Jetzt drehen die Mates irgendwie plötzlich komplett auf. Geil. Gerne. Oh, wollte ich gar nicht. Wollte eigentlich... Das wollte ich wirklich nicht killen. Ich wollte den Rico. Ich wollte den Rico. Hä? Lost einfach. Ich bin dabei sehr schön. Irgendwann meine Mates drehen für übel auf gerade. Hä? Voll geil. Ey, wir wollte dich grad schon holen. Geile Runde. Läuft. Wir sind Gold. Zwei. Solo, Junge. Solo ist es. Gold zwei, Mann. Viel besser als... ...Tirosus 3 läuft viel, viel besser. StarDrop. Auf geht's. Bitte. Ach, Junge. Ich will diesen Deinemix-Skin unbedingt. Mann. Scheiße. Das war so mein Fehler. Hätten wir locker gewonnen. Aber warum hat die Jackie den Ball auch nicht in der Ecke gelassen, fairerweise? Da wäre gar nicht erst überhaupt irgendwas passiert. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen dann. Oh mein Gott, komm, Jackie. Jetzt muss ich alles wieder gut machen. Ah. Er war meins. So gut, tatsächlich. Ist am Ende nochmal gut, wenigstens. Ja, trotzdem 5-4. Gut, fairerweise meine Mates 1-2 und 3-5. Also eigentlich war es... Ich habe mich sehr schlecht im Verhältnis gefühlt. Aber am Ende war ich ja eigentlich sogar noch von den Sets der Reste. Ein extrem schlechter Gegner. Was ist hier total leicht hitten, irgendwie? Das ist schön. Ja, Piper war saugut. Habt ihr das jetzt gesehen, ne? 5-0 Starspieler. Geil. Ich probiere es wirklich. Ich muss es wirklich gut, gut carryen. Wenn wir gewinnen, sind wir Gold 3. Am ersten Tag. Geil. Das ist okay. Das Matchup ist völlig okay. Rico können wir gut hitten. Dynamite können wir gut weghalten. Haben wir höhere Range. Wir müssen... Wir müssen jetzt gewinnen, komm. Ich will heute Diamond kommen. So, hier den Spike direkt schön getroffen. Schön aggressiv. Der erste Junge, mein Rockmade ist direkt down. Das kann nicht sein. Ich muss mich ein bisschen zurückziehen, leider. Wobei, der hat einen Kill gemacht. Ich sehe es gerade. Luster geht zwar an die, aber ist okay. Ist okay. Nicht zu offensiv. Nicht zu offensiv. Auch nicht zu defensiv. Wenn wir schon finden. So ein bisschen. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt hier schön Druck aufbauen weiter. Schön den Druck halten. Mit dem Kopf auch. Wunderbar, nächster Kill. Sehr schön. Die Map ist so geil für Ticken. Ich fühle mich irgendwie gerade wie so in einer Crest-Runde. Einfach auf Neutrophäne oder so. Was ich irgendwie... So, nächster Kopf wieder. Jetzt wieder schauen wir wieder in den Abwert. Du hast auch wieder Schüsse und hier auch wieder Druck, den sie verlieren. Ich muss schön aggressiv... Ihr seht, ich muss schön aggressiv hier gehen. Ich muss hier schön aggressiv weitergehen. Achso, jetzt ist noch nicht die Ecke. Ich hatte die Ecke schon hinten. Da war ich. Schlechte Ulti. Dynamite weghalten. Schön, schön. Wo ist Rico? Da hat ein Rico raus. Geil. Das sieht gut aus. Nächster Tick-Cop. Wieder schön Druck machen mit dem Tick-Cop. Dynamite wird getroffen. Das war's. Die Souverän. Geht doch. Geil. Wir sind... Gold 3. Let's go. Plus 94. Wollen wir auch immer nur plus 94? Dynamite. Mann. Ich will einfach nur Dynamite, Mann. Okay. Gutes Match-Up für uns. Gut gepickt, denke ich. Tick, die kassieren ja anders. Ich hab übel gut gepickt. Was machen meine Mates? Hallo, hallo? Ist eigentlich easy, ist eigentlich easy Tor jetzt? Hyper war eine gute Entscheidung. Auf jeden Fall. Wow. Die kassieren ja richtig. Wenn wir Glück haben, noch 5 Games für Ranked jetzt. Äh, für Diamond. Woher die kassieren? Die kassieren anders. Ich treffe irgendwie immer jemanden, der sich gerade in den Weg stellen will. Ich glaube, ich jetzt eher, wie es gerade sein kann, dass wir auch kein weiteres Tor haben. Was machen meine Mates denn? Ah, jungen Shit. Backjumpen. Was machen die denn? Wie kann das denn sein? Das war's? Ich hab so gut getroffen. PTF? Wie schlecht. Schau mal, wie. Ich treffe. Was machen die denn? Wie kann das sein, dass wir noch kein Erzheimnis-Tor? Okay, auf Ernst ist mal eine kranke Runde. Piper war ja so ein guter Pick. Wir haben jetzt aber völlig offen. 1-0 nur. Weil ich hatte schon Schaden an. Wir haben ein Gewicht kassiert. Auf geht's zu Diamond. Muss einfach nur irgendwer Schaden machen. Was machen die denn? Ah, Lust. Würde ich lieber Teleport ausspielen sollen. Na, egal. Ich hab getroffen. Ich hab irgendwie den Tresor getroffen. Glaub ich. Egal, 27 Starspieler wieder. 101 plus. Wieso auch immer 101 plus? Was machen meine Mates, Gale? Auf der Map, die Map ist total offen. Was machst du denn da? Ja, ihr seht, wir haben direkt fast die Schüsse wieder. Das ist gut. Und die ganze Zeit schön rein spammen. Seht ihr das? Das ist krass. Ah, ja, ja. Ich seh's schon. Das ist gut. Das ist gut. Aber Piper ist natürlich auch schon geil. Auf der Map hatten wir vorhin auch gespielt. Aber jetzt mit dem Modifikator nicht unbedingt zu geil. Mit extrem viele Schüsse, ne? Was das jetzt ist, das ist leider. Dass die da wieder beide down sind, ne? Ich hab so gut gehittet eigentlich. Egal, Gale ist halt auch anders los, mal wieder. Auf so einer Map. Tags halt nicht. Müsste raus, ulten immerhin. Ich kann halt so krass... Es sieht halt, wie ich krass sich austeilen kann die ganze Zeit. Weil ich halt immer wieder Modifikation hab auch. Ulti... Wollt ihr... Wollt ihr... Wollt, 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 wollt? Was du machen? Bro! Wirklich, das ist unfassbar, wie... Was für die Team jetzt ich mich hier abtun muss. Ich hätte doch alles machen können. Ich hätte... Ich hätte... Ulti, ich hätte alles. Warum, Mann? Spiel doch einfach dann... Mann, das ist unmöglich, dass er das verkackt. Das ist wirklich... Und das ist... Keine Ahnung, ein Bronzeniveau, was er da spielt. Das war ein safes Tour einfach. Das war ich mal gestorben zum ersten Mal. Bestimmt safe direkt im Gegentor, wie ich meine Mates einschätze. Ist auch unfassbar, oder? Ich hätte doch auch Ult gehabt. Warum macht er das denn? Den Ball weg, Digga. Mach den Ball weg, danke. Okay, bin ich vorbei. Ah, das ist unfassbar. Das war's... Digga, was ist das für eine Ulti mit dem Ball? Denkst du, sie sehen dich jetzt nicht? Ich checke es halt wirklich nicht, ne? Scheiße. Das war gut. Geil, das ist wirklich das Allerlosteste, ne? Weil Leon war eigentlich der, der verkackt hat mit dem Ball. Ist halt auch gegen Pipe 1 gegen 1 nicht geil, auf der offenen Lab. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Red Ulti. Mach rein, mach rein, mach rein. Danke. Oh mein Gott. Aber immer den Fehler wird ja gut gemacht am Ende. Er hat immer gut gespielt. Kommt einfach hier ein bisschen zurück. Ulti drauf, dann haben wir das. Digga, aber es waren alle tot. Was hat er getan? Was hat er gegen Crow getan? Der Crow konnte ihn gar nicht aufhalten. Oh man. 19,4 Starspieler. Komm. Drei Games. Auf geht's. Okay, Jesse ist ein sehr guter Match-Ups für mich, wirklich. Ah shit, da hat er mich natürlich aufgedeckt, weil er sich halt hitten lassen. Junge, wieso lässt er sich da so leicht hitten? Das wäre ein Easy-Kill für mich. Ich hätte mir überhaupt nichts gecheckt. Ich habe ein sehr gutes Match-Ups, aber by the way. Also eigentlich. Ich werde ein bisschen rankommen an die. Ja, perfekt. Die beiden Mates sterben schon dreimal, bevor ich irgendwas mache. Alle. Ich kann jetzt halt auch schlechter reingehen, weil die natürlich alle Ulti haben. Ja. Nice. Dynamite ist noch da. Da müssen wir einen Dynamite kriegen. Das ist oben drin. Den müssen wir kriegen, müssen wir kriegen, müssen wir kriegen. Nice. Wir führen, wir führen, wir führen. Ist gut. Ich weiß, was jeder macht. Das werden soll. Das ist lost. Zu aggressiv. Ich glaube, ich habe es gesehen, oder? Ich weiß nicht. Kann ich jumpen? Nice. Scheiße, was ist zwar nicht zu offensiv. Zu offensiv, egal. 10 zu 11. Ist okay. Oh, Dynamic Hypercharge. Achtung, jetzt ein bisschen aufpassen, natürlich. Passt natürlich jetzt komplett aus. Aber ist okay. Ich habe auch meine Hypercharge jetzt, by the way. Ich habe noch einen Gadget. Ich hebe es mir jetzt extra noch auf. Ich habe gleich eh die nächste Ulti wieder. Die kommen irgendwie klar. Die kommen gar nicht klar. Komm, Leute. Ich würde das einfach nicht so offen. Was machen die beide? Ich verstehe es halt nicht. Der läuft halt rein. Das ist keine Ahnung. Das würde da gerade ein Triple Kill machen können. Ich habe es gut auf den Stun. Ja, gut. Gut, 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 gut. Ich mache den Kill. Wir haben es. Schön gespielt von meinen P-Mets. Schön gespielt. Wirklich. Hört euch auch die Stats an. Das war stark. Edgar war der falsche Pick im Nachhinein. Ich habe nicht viel machen können. Zwei Games to Diamond. So, jetzt hier schon mal schön schauen, dass sie gar nicht an den Booster kommen können. Genau. Schön offensiv auf jeden Fall auch gehen, dass sie nichts machen können hier. Dann einmal schön weghalten. Immer so direkt bestrafen, wenn die in Richtung des Boosters wollen halt. Oh, sehr schön. Da haben wir es. Und da ist der erste Kill. Genau, das müssen wir rausforcen. Eins der Fangs hat da gestorben direkt. Ohne Tich. Vor allem, weil wir in Überzahl waren, war das gerade nicht so gut für die. Schön offensiv als Tick. Haben wir. Jawoll. Geil, Mann. Voll in den Rico rausgenommen. Voll in den Rico. Perfekt. Voll in den Rico rausgenommen. Geil, Mann. Den Rockets gar nicht hier rankommen lassen. Schaut es sich an. Der hat gar keinen Bock mehr. Pass down. Booster haben wir auf. Wir müssen aufpassen. Wir haben den Booster. Jetzt hier schön weiter Druck machen mit dem nächsten Tickkopf. Der wird jetzt von der Seite kommen. Ah, knapp abgewehrt. Ist okay. Nicht so sehr die Ultfeeden. Das sieht gut aus. 6 zu 3, Mann. Schöne Tickrunde hier auch. Man muss echt aggressiv mit Tick spielen. Nicht zu aggressiv. Aber jetzt würden wir... Ja, aufpassen. Wir führen jetzt schon 6 zu 3. Schlecht von ihm. Ganz schlecht von ihm. Die Map geht halt immer weiter auf, leider. Die Map geht halt immer weiter auf. Sind beide gestorben. Keine Ahnung, was passiert ist, was sie gemacht haben. Aber sie hätten sterben dürfen. Beide gestorben. Chillic. Mann, wir führen. Sie sterben beide, Mann. Das kann nicht sein. Komm, Fang Ulti. Fang Ulti. Shit. Werde ich gedrückt? Ich muss Rico jetzt rausnehmen. Ich muss Rico rausnehmen. Hab Rico. Let's go. 14.11. Ihr dreht wieder. Komm, bitte. Macht das einfach nicht so offensiv. Ich habe so viel die Runde rausgeholt. Wirklich für uns. Ohne Witz. Ich habe so viel wirklich rausgeholt. Wollt immer wieder hinten jetzt. Let's go. Vier Sterne nochmal. Das war so eine schöne Tickrunde. Schaut euch an. 13-0 Meisterschaden. Und wir sind ein Game for Diamond. Ich hoffe, es klappt einfach. Ich glaube, Frank ist gar nicht mal so schlecht als Konter gegen die beiden. Guck mal jetzt hier. Ich bin gar nicht mal so schlecht gegen die zwei. Das ist so gut. Oh, Shady, aufpassen natürlich jetzt. Ich glaube, wir holen das. Ich glaube, wir haben jetzt Diamond. Unsere Kombi ist viel, viel besser als den hier. Wir haben jetzt super viel Leben auch. Das ist los, was die haben. Wird die Map jetzt auch gar nicht öffnen eigentlich. Das passt schon. Das ist so gut. Wir haben schon so viel Leben jetzt. Die spielen das so gut aus. Ich glaube, das ist Diamond. Ult. War ein Versuch wert von ihm? Nicht schlecht. Ich schupp... Ja, aber... Oh mein Gott, Junge. Ja. Endlich Diamond. Wir müssen es schaffen. Das ging jetzt irgendwie voll schnell gerade. Das Ge... Okay. Ah, war ein Ult-Product. War ein bisschen lost, egal. Ult-Product, dass er jetzt vielleicht rein-ulten würde. Egal. Shelly ranziehen. Auch weg. Tick. Der AT kann nichts machen da. Schöne Ult. Das ist ganz souverän. Das ist die letzte Runde, Mann. Das ist es tatsächlich. Ich weiß es nicht. Viel bessere Komp von uns. Frank auch viel schlauer. Schaut sich an. Geil. 100%. Wir sind Diamond. Wir sind Diamond. Schön, letzte Runde. Wir sind Diamond. Diamant 1. Ich kann es nicht fassen. Solo ohne Teammates. Wo sind wir auch in Deutschland? Erstmal Diamond Drop. Oh, sogar was cooles. Das ist Spray. Oh ja, wobei ist ein bisschen hässliches Spray. Sind wir gelistet sogar? In Deutschland? 1300. Ja, okay. Fast Top-1000 Deutschen schon beim ersten Tag. Boah, Diamond sieht so geil aus. Diamond ist doch schon wild. Diamond ist schon mal besser als Gold, nochmal. Geil. Okay, auf geht's. Oh, das war knapp, wenn wir doch ein Kill werden können eventuell. Das ist ein Kill. Nice, direkt. Richtig. Auch sehr, sehr aggressiv vom Kill-Spieler. Jetzt kann ich entspannt die Hitze aufladen, dann hoffentlich einen guten Hitglash raushauen. Boah, Junge, meine Mates sind ja auch anders gut, hä? Die sind jetzt viel besser. Ist er nicht außen rechts gegangen? Ja, welches los? Scheinmal nicht. Keine Old Feeden. Sehr gut. Boah. Richtig. Natürlich aufpassen wegen dem Kitz-Spieler. Wieso schon mal reinschießen? Nice. Wow, wir sind ja viel besser als Team gerade. Puh. Geil. Okay, komm. Jetzt noch ein Win. In Diamond. Aber dann ist wirklich, also dann will ich wirklich wissen, wie hoch wir sind nochmal. Wir chillen die ganz schön die Runde. Ah, okay, da hinten. Dann sehen wir besser, glaube ich, dieses Mal. So aufpassen. Na ja, Larry, Larry halt eklig. Wir könnten guten Pull landen, theoretisch. Ja. Ich bin mal Brand draufgeworfen, auch sind safe. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Auf Kidd aufpassen, natürlich. Haben gut gehört. Ja, easy. Haben wir safe. Kann jetzt eigentlich nichts schief gehen, groß. Normalerweise. Lesser nicht callen, aber mal schauen. Ja. Dann muss ich es eigentlich umbringen. Sehr gut. Ein Kill. Dann haben wir sogar noch einen Win über Diamond. Dann bin ich mal gespannt, wie hoch wir sind. Schön, die Hits erstmal aufladen. Ah, kannst probieren. Ah, Gadget. Mal schauen, was Gadget nicht gut treffen kann ich. Verloss von ihm, sehr schön. Schöner Pull, das haben wir. Der war ja richtig souveräner Sieger. Das lag vor allem an meinen guten Mates, sag ich ehrlich. Schön. Boah, der Gene war auch krass. Man, alle sehr gut. Alle Mates super gut. Okay, jetzt sind wir noch ein Sieg über Diamond. Schöne Teamleistung. Vor allem, ja, die Gene sind saukrass. Keine Chance. Wo machen wir da drüber? Jees, geil. Bin ich jetzt gerankt? 603. Oh, wenn ich gewinne, bin ich eventuell Top 500 Deutschland. Ach, komm, noch ein Game. Dann bin ich in der Rangliste vielleicht. Komm. Wenn wir gewinnen, sind wir... Boah, du geil. Aus Top 500 Deutschland. Das ist krasse. Und das ist Munitionsnachlade-Ding. Das müsste gut reinhauen jetzt als Gene. Ich kann die auch immer wieder aufdecken jetzt hier. So, jetzt hier. Genau, immer wieder schön reinschießen. Ich muss einfach immer nur wieder hitten. Und dann sind die auch markiert und wir können die sehen. Ja, erster Kill direkt. Boah, das ist natürlich jetzt krass. Habe ich nicht gedacht. Ich kann jetzt hier die ganze Zeit einschießen. Was? Warum sind die so gut, die Mates plötzlich? Ab Diamond sind die wahrscheinlich eh noch mal besser. Aber die sind ja besser als die Gegner vor allem. Das ist eher... Schaut sich an. Ich kann die ganze Zeit aufdecken jetzt. So krass jetzt für mich, ne? Das ist so ein Vorteil. Jetzt gut, das ist... Ah, es ist aufzuäimen, aber das wäre echt nicht so unbedingt gut. Sei ich ehrlich. Kann er die ganze Zeit zurückschießen. Ich muss aber auch aufpassen, ich werde jetzt fast down. Das wird wirklich bis arg aggressiv. Ah, das ist echt nicht so geil. Wieder zurückdrängen ist gut. Nice. Boah, da kann ich die ganze draufschießen. Das ist crazy. Den Heel noch versucht zu bringen. Schade, schade, schade. Ja, vielleicht kann er 1 gegen 2 gewinnen. Eventuell, der eine ist low. Ja, wird jetzt nichts mehr, leider. Schade. Maisy ist aber auch wirklich ein Loster-Pick, muss ich wirklich sagen. Von dem einen. Oh, Sekunde. Oh mein Gott. Brandschaden? Nein! Er hat ihn rausgenommen, der Brandschaden. Ganz knapp. Egal. Komm. Ich hätte es halt leider so aufgerissen wollen. Oh mein, Cole, das war lost. Fand ich jetzt zumindest. Ah, jetzt ist es halt ganz schwierig, ne? Ich müsste jetzt hier vielleicht einen Pull treffen oder so. Das wäre es halt. Block. Ah, Digga, Maisy aber auch. Was ist denn das für ein Pick? Also wirklich, die sind ja eigentlich, also der Cole ist ja Sau, so die da Maisy. Das haben die halt wirklich die deutlich bessere Komp, ne? Wegen Maisy halt eigentlich nur. Ich muss halt einen Pull landen vielleicht. Oh nein. Oh mein Gott, der war gut. Der Brenner war. Oh mein Gott! Let's go! Das war eine Verzweiflungshalt, weil ich dachte, ich würde eh sterben. Wisst ihr? Da dachte ich, hole ich wenigstens noch einen Pull raus und gewinne. Das hätten es einfach das Game gewonnen. Egal, ob ich gestorben wäre. Ist das krass gewesen. Blind den Pull auf Piper getroffen. Die wurde komplett aus dem Leben genommen damit. Aber ich habe sogar überlebt noch. Geil. Aber jetzt ist es schwierig. Das nochmal zu gewinnen, das ist echt ein schweres Matchup. Weil das Problem ist halt wirklich, unsere Maisy kann halt nichts irgendwie machen. Tja, das war so ein geiler Pull. Junge. Die Märchen hätten verloren, weil ich den Pull dann so komisch reingehauen habe. Und es ist dann doch nicht... Egal, das muss ich mir egal. Auf geht's. Piper kommt jetzt hier. Wir hätten jetzt hier schon rein, immer wieder. Schön die Piper weghalten. Ach du Scheiße. Leute. Hey, sie weg. Erster Kill von Code wieder. Super stark. Ist okay. Ist okay. Müssen aufpassen. Piper wird jetzt bestimmt kommen. Genau. Ah, shit. Ah, eins gegen eins, eins gegen eins. Kann sie schaffen. Bitte mach das keinen Mist. Ah, je. Wird nicht so confident. Digga, bitte geh. Genau. Ah, Gott, ey. Es ist halt so ein lost-up pick, wirklich. Ich verstehe es halt nicht. Digga, du kannst doch warten, bis die Map eng wird. Warum gehst du jetzt rein? Problem ist halt, dass sie auch leider nicht gut spielt. Heal doch jetzt voll und... Keine Ahnung, ich check's nicht. Warum geht er jetzt rein? Der Poison kommt doch irgendwann. Ist so lost. Wird bestimmt save verlieren, oder? Wo ist denn die Giftwolken? Du kannst das easy holen am eins gegen eins, wenn die Giftwolken kommen. Darf sich jetzt noch nicht hätten lassen. Ah, shit. Shit. Wobei trifft nicht. Ja, er hat's geschafft. Let's go. Hier kommt ein... Ein Dings noch. Dann sind wir eventuell sogar Top 500 am ersten Tag. Mit den neuen Modifikatoren hier. Ah, ich bin jetzt komplett defensiv. Gern mal. Wo sind die? Was macht Maisie da? Hallo, hallo. Geben die auf? Oh, mein Gott. Shit, ich bin gestorben, wenn nicht passieren dürfen. Egal, komm. Eins gegen eins. Äh, zwei gegen zwei. Die sterben sollen. Aber ich hätte den Crow treffen können. Das ist intensiv. Ja, ja. Das war gut. Ja, haben sie, glaube ich. Top. Schon von der Deutschen eventuell. War nicht meine beste... Wobei, am Anfang mit dem Pulver schon wild. Insgesamt, schau mal die Stats. Ah, ich bin der Cold. Er hat's eigentlich becarried. Ich sehe es gerade nicht. Ich war eigentlich eher der Schlechtere. Das ist 98. Let's go. 340. Am ersten Tag. Im neuen Modus. Äh, die Jessie können wir eigentlich ignorieren. Die ist ungefährlich ohne Tirad. Deswegen gehen wir da jetzt mal weg und lassen die einfach ran. Die lassen wir ran. Die lassen wir ran. Hatte ich egal. Ich hoffe, ich sehe nicht, dass man die ran lassen kann. Das ist jetzt halt krass. Jetzt können wir die Station hinsetzen. Das ist mit Gadget noch mehr. Das ist eigentlich viel mehr Schaden als die, oder? Guckt euch das an. Das ist safe besser. Naja, das war schon safe besser. So, zack. Irgendwer easy raus zusammen eigentlich. Ah, müssen wir schneller sein. Müssen wir schneller sein. Egal. Spike hier. Komm, grum. Jawoll. Ehrlich, also Spike ist doch jetzt... Eigentlich widerlicher Konter für uns, oder? Äh, gut. Wir killen ihn trotzdem. Aber eigentlich, oder? Ist rein logisch gesehen. Die Station ist hier. Ein extra. Ah, hier ist so wichtig. So wichtig. Wir haben auch echt das bessere Team, glaube ich, diesmal bekommen. Gadget. Ist ja schon, ich muss Snipe machen. Hat es jetzt nicht schlecht gemacht, aber er bringt hier jetzt wenig. Ja, schön. Schön, let's go. Oh mein Gott. 2 zu 0 direkt, direkt gewonnen. 6 zu 1. Da ist wieder mit Grum. 0 zu 1, aber okay. Er hat wahrscheinlich Schade im Tresor gemacht. Auch gut. Also eigentlich muss ich da Dauerschuss haben, praktisch, ne? Mal schauen. Surge down, surge down. Schön, auch für mein Mate. Habe ich gedocht bekommen. Sehr gut. Ist fast down. Ist down. Sehr gut. Ball nach vorne zum Mortis. 1 zu 0 Mortis. Geil. Oh nein, oh nein, oh nein. Was dachte er sich, dass er so scored jetzt ist, oder was? Ich checke es nicht. Versuche es noch aufzuhalten. Ich habe es echt versucht aufzuhalten, ne? Egal. Ich habe das Hypercharge aufgeladen. Old Hypercharge. Digga. Jetzt Ulti, Ulti. Ich habe Ulti, ich habe Ulti. Ach shit, ich hätte Ulti drücken sollen. Ich bin unsichtbar jetzt. Oh mein Gott, ich habe mich aufgehalten damit. Spam gerade richtig dumm den Ult-Button. Ah, nicht getroffen. Nicht getroffen. Ich kann jetzt damit healen. Auch das ist sehr gut. Ball nach vorne jetzt zum Jean, bitte. Ich bin unsichtbar, der weiß es nicht. Ah, Tara Ulti. Einer muss es scoren eigentlich. Warum? Mach doch ruhig. Geil. Das war gut, der Pass, Junge. Ausgetrickst. Ausgepasst. Wie stark, Mann. Okay, wir müssen Brawbar gewinnen. Wir müssen Brawbar gewinnen einfach. Direkt Gadget nach hinten. Kurz unsichtbar. Jetzt schön Dauerfeuer an. Jetzt schön den Dings. Junge, der macht einfach Jumpstart-Power. Das ist so weird die ganze Zeit. Das ist echt total weird für uns. zu spielen. Ich muss ein bisschen besser treffen jetzt. E. Und fast down. Ich kann mich jetzt unsicher machen. Das ist sehr gut. Das hat mir eigentlich einen Riesenvorteil direkt. Ah, hat den rausgepullt aus mir. Oh, Digga. Das war lost. Pass rüber, pass rüber, pass rüber. Nice. So gut gespielt von meinem Mate aber auch. Geil. Geht doch. Tara wird Ulti setzen. Pass auf. Tara wird safe Ulti setzen. Digga. Meine Mates waren OP. OP waren die Mates dieses Mal. Komplett OP. Hä? Wir sind ein Game für, äh, vor Diamond 2 und vor dem nächsten Ranked Stardrop. Geil. Ja, das ist schwierig. Ich kann übrigens Ulti. Ich Ulti jetzt auch auf jeden Fall. Nice. Wichtig. Schön Ulti. Er ist auch ganz schön reingelaufen. Das ist gut gewesen. Ich darf mich halt von Brock nicht Poison lassen. Oh, jetzt ist das schwierig. Ah, nee. Da komme ich nicht raus. Ich habe noch einen getroffen. Das bringt nichts. Schade. Das Spike-Ult war nochmal eklig. Ja. Man, die Junge. Yes. Stark, 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 stark. Okay, diesmal bin ich von Anfang an konzentriert. Wir können halt aufulten. Das ist nicht gut für unseren Edgar. Deswegen macht es das mal nicht. Ja, das kann ich echt nicht wegen unserem Edgar machen. Was macht er denn jetzt? Schöne Ulti haben wir. Hol den, hol den. Ja, ist okay. Ist okay. Wir sind 1 gegen 2 jetzt. Wir sind 1 gegen 2 damit. Das ist sehr gut für uns. Das ist sehr, sehr, sehr gut für uns. Der hat Ulti. Das zeigt er uns auch netterweise. Ich mache ihn mal schon mal auf. Das ist bei unserem Manny nämlich besser. Deswegen mache ich das. Das ist sehr gut. Sonst schießen wir so, dass er hier nicht weg kann. Ja, haben wir es aber ja normalerweise. Manny, sehr stark. Okay, diesmal bin ich ein bisschen schlauer und treffe auch hier direkt. Man überrascht die hoffentlich vielleicht auch ein bisschen. Leider nicht. Egal. Irgendwie Spike. Ich kann Curveball leider nicht dodgen. Wobei, irgendwie mache ich es gerade, ohne es zu können. Sag mal, kann ich Curveball dodgen? Keine Ahnung. Eigentlich kann ich es nicht. Oh, das waren gute Hits. Das waren sehr gute Hits. Ja, let's go. Haben wir. Geil. Wie habe ich gerade Curveball gedodgt? Ich weiß, wie man es dodgen muss, aber ich kriege es normalerweise nicht hin. So ein Muster, wie man dodgen muss. Was hat unser Edgar bitte geplant? Ah, schade. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt hier nicht zu aggressiv gehe. Oh, Junge, der Lacke, Alter. Auch nicht der Lacke, sehr gut. Wir haben ein besseres Team auch, wirklich. Wirklich mal ein deutlich besseres Team hier, muss man wirklich auch mal sagen. Kann ich hier nochmal reinholten? Einfach, dass wir hier aufmachen nochmal. Und mal getroffen. Geil. Das war eine cleane Runde. Ich denke, ich bin Starspieler, oder? Ja, okay. Die Manny verdient 6. Ja, stimmt. Die war auch verdient. 6-0. Das ist 99. Kommt, 30 Punkte noch. 30 Punkte noch. Oha! Junge, was? Wie random. Einfach Legendary Startup. Was? 1.000 Bling. Ah, ich denke, ich denke auch Bling. Skin sagen auch viele. Mal schauen. Ich weiß nicht, ob ich auch so ein Skin habe. Ich hoffe mal. 1.000 Münzen. Das ist das Schlechtes, was man kriegen kann. Leider egal. Weiter geht's. Wir müssen es schaffen. Wir müssen es schaffen. Wenn wir gewinnen, sind wir Diamond 2. Nice. Schon mal rausgenommen den ersten. Shelly macht einen guten Eindruck schon mal hier. So, hier schon mal den Poco weghalten. Leider nicht richtig politisch, aber ist okay. Die Shelly macht echt einen guten Job hier. Macht's genau wie ich's sage. Links rausgenommen. Poco auch. So gut wie raus. Jawoll! Double Kill. Wichtig. Tapboard hilft jetzt seinem Mate hier wieder. Selber playen. Nochmal direkt wieder gadgeten. Geil, Mann. Die strugglen so hart dagegen. Hab ihn dann gefahren. Hab ihn. Oh, die Runde ist gut von mir. Die Runde ist richtig gut von mir. Das kann ich kurz healen. Die Shelly spielt auch vor allem echt überraschend gut. Die macht's genau, wie sie's machen soll im Busch. Aber gut. Ja, aufpassen. Spenden nochmal. Zieh mal auf Save gehen. Da ist der Freeze. Let's go. Let's go. Geile erste Lu-Runde. Ja, schönes Ding. Ich muss eigentlich nur einmal in die Zone rein. Irgendwie checken die nicht, dass ich ein bisschen low bin. Egal. Sehr schön. Das schaffen wir jetzt aber wirklich. Das war eine sehr, sehr schöne erste Lu-Runde. Einfach hier schön reinschießen. Schon mal ein bisschen die Ulti aufladen. Genau. Popo schön getroffen. Dann hab ich auch gleich schon die erste Ulti. Die kann ich jetzt auch direkt reinwerfen. Direkt hier Gadget drücken. Oh. Na, gute Spike-Ult. Weiß nicht genau, an wem's gerade scheitert. Also eigentlich, sag ich ehrlich, äh. Jetzt geht's. Okay. Bei mir ist eigentlich Solid bisher. Die Runde gemacht habe. Da muss halt in die Zone rein jetzt nur. Schlechte Hypercharge, oder? Ne, war nicht schlecht. Hab getroffen. Jetzt machen meine Mates die Runde. Jeff. Ab ihn. Ich darf halt jetzt nicht reinlaufen, weil ich bin jetzt halt gerade sehr, sehr low. So. Letzte Ulti werfen. Obstens. Hab wieder getroffen. Einer muss auch in die Zone. Hallo, einer muss in die Zone. Geht keiner in die Zone rein. Oh, die ist in Hotzone. Hotzone. Hallo. Was machen die denn? Welche Ulti von mir? Ja. Ja, man. Shelly mit Hypercharge, wichtig. Schöne Spike-Ulti dafür, aber ist okay. Okay, jawohl. Ulti gemisst von mir ist okay. Ja, jetzt kann ich dir halt noch richtig Angst machen damit. Ja, die Ulti war übel gemisst, oder? Ja, ja, egal. Nice. Richtig. Egal, bin ich gestorben, aber eigentlich ist es easy. Problem ist es, Shelly müsste mal in die Zone gehen, das checkt ihr nicht. Digga, du bist jetzt die Eins. Du kannst doch jetzt nicht im Bus stehen bleiben. Müssen sie doch checken auch. Oder ja, wir checken sie auch. Wollen wir schon sagen. Ja, Luba wieder broken. Oh, war das gut. Ein Prozent zwar noch, aber das war richtig schön. Let's go. Wir sind Diamond 2. Auf geht's, Leute. Wir stehen 16 zu 2 damit. 90.000 Damage. Die Runde war absolut krank. Und das heißt, wir sind zum ersten Mal Diamant 2. Und damit kommen wir hier zum Ranked Startup. Ja, Mann. Das ist 98. 5.012 reicht genau. Okay, was denkst du, kriegen wir aus dem Ranked Startup? Ich denke, du kriegst eins. Aber ich weiß nicht welchen. Ja, okay. Probieren wir es. Okay, drei. Zwei. Eins. So, komm. Ich habe 100 Blinken bekommen. Was sagst du dazu? Mist. Ist Mist? Ja, ist Mist. Schade. Okay, auf geht's. Wir gehen jetzt Richtung Diamond 3. Wir sind schon auf Rekordhöhe. Stu und Bell hier als Gegner direkt. Das müssen wir eigentlich holen. Das ist echt sehr, sehr, sehr loste Kombi ist hier von den Gegnern. Oh, wie kann der nicht darum gegangen sein? Ich habe so gut getroffen. Tatsächlich habe ich den Stu als zweites getroffen. Ihr seht schon. Wir haben ein wesentlich, wesentlich besseres Team. Die die Ultis sogar aufheben können, glaube ich, noch. Oh, die erste Runde ist so gut direkt. Wir haben echt Glück mit den Mates gehabt. Die sind richtig gut. Naja, die sind richtig, richtig gut. Ja gut, dass ich jetzt bin, finde ich jetzt auch nicht so nice. Aber ich glaube, er gibt auch gar nicht auf. Ich glaube, er spielt wirklich so. Ich glaube, er spielt gerade, oder? Ah, ist er schon fast down hier. Magiertet, wichtig. Boah, Junge. Meine Mates sind insane als erstes. Hä? Wie kann das so gut sein direkt? Die haben auch echt solid gepickt vor allem. Und die Gegner halt übel lost gepickt. Dann noch Power 9. Ich glaube, der Crow spielt auf Ernst so. Ich habe jetzt richtig gecheckt. Ich glaube, der spinnt sich zwar, aber der will nur ein bisschen so tun, als ob er das aufgibt. Der gibt nicht wirklich auf. Das ist so insane. Alle drei. Also, ich glaube, höchstens die Bell ist nicht so lost. Eigentlich, ich kann mir kaum vorstellen, was wir jetzt hier irgendwie verlieren würden. Dann schaut euch das halt an. Wir haben einfach die viel bessere Kombi. Boah. Die armen Gegner, hä? Das ist komplett insane. Die haben total OP-Demates. Schaut euch mal die Stats an. 0 zu 4 alle drei. Unser Larry Loria vor allem. Krass. Larry Loria auf der Map ist gar nicht mal so broken, finde ich jetzt persönlich. Aber vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Wow. Bell noch am besten. Aber alle 0 zu 4 ist schon hart, ne? Das ist halt ein bisschen eklig, wenn ich ehrlich bin für mich. Nice. Alle gut gemacht. Das ist eigentlich jetzt ein Tor normalerweise. Nice. Ich glaube, der Browser-Pick war gut. Ich glaube, der Browser-Pick war wirklich gut. Schaut sich an. Alles richtig gemacht hier. Sind alle drei im Busch, jetzt alle geslowt. Oh, jetzt aufpassen aber. Oh, perfekt. Perfekt. Ball nach vorne, schnell ball nach vorne. Hyper-Channel aktiviert. Ja. Hey, kann ja einer was sagen. Der Pick war gut. Wir haben so viel Leben mehr jetzt alle da durchbekommen. Einer muss halt am Ende was mit viel Leben picken. Und Rosa war sehr gut. Eigentlich mit dem Slow-Gadget was rauszuholen. Ah, nochmal Slow, nochmal Slow. Ich habe einige in Range. Das ist gut. Eigentlich zwei sind down von denen, so gut wie. Ah, war es das wert? Ah. Ne, da haben beide Mates das 1 vs. 1 verloren. Das hätte eigentlich gut werden müssen, weil ich habe zwei von denen sehr, sehr lau geholt. Ich wollte halt auf ein frühes 1-0 gehen. Äh, Shelly total lost gerade. Sehr gut. Ich fass es nicht. Ich hätte niemals ein Tor sein dürfen. Ich hatte noch zwei von meinen Mates vorne dran. Das war Vega lost, leider. Schöner Versuch. Oh, nein, unten kriege ich gleich das Gegentor. Ja. 1-1. Ah, vielleicht war es doch nicht so der Pick mit Rosa. Ich weiß nicht. Was hätte ich denn sonst nehmen sollen? Ich meine, dadurch haben immerhin Maisie und Tara 10k Leben. Aber Browser ist eigentlich auf der Map auch gut. Also ich glaube schon, dass es okay ist. Aber Maisie und Dings müssen halt eigentlich viel mehr machen können. Maisie und Tara. Ich glaube, das Problem bei Big Friend ist es dann, dass der Tank natürlich Probleme hat. Wisst ihr, was ich meine? Der Tank hat die Nachteile. Weil er ja genauso viel Leben hat wie vorher. Die Carry Brawler sind dann diejenigen, die halt so viel Leben bekommen. Wisst ihr, was ich meine im Prinzip? Meine Mates müssen eigentlich carryen, weil die ja die Brawler sind, die viel mehr Leben als sonst haben. Aber machen sie halt nicht. Das ist, glaube ich, das Problem, das ich gerade habe. Verlost. Schöne Ulti von Dings dafür. Ja, kann ich spawnen. Kann ich spawnen. Wie viel Schaden der Karloch macht mit dem ganzen Leben. Das ist insane. Ah, shit. Hyperchart Shelly. Gut. Tara schlägt zurück. Tara schön. Big Friend darf ich ab jetzt nicht mehr die Tanks nehmen. Die kriegen nämlich als einziges. Und die kriegen als einziges keinen Buff. Das heißt, ich bin halt immer dann natürlich derjenige, wenn ich Tank habe, dass ich dann eben nicht der Carry sein kann. Das muss ich halt normalerweise sein. Ich probiere es jetzt mal. Das muss eigentlich das Easy-Tor werden. Na, Easy-Tor wird es, glaube ich, nicht eventuell. Könnte klappen. Aber klar, dass es nicht klappt, ey. Es ist so dumm. Es ist so dumm. Es ist so dumm wirklich. Ich bin halt der Brawler, der halt einfach... Die beiden müssen halt carryen. Guck mal, das ist eine 11.000er Leben. Tara müsst ihr überlegen. Überleg mal, wie broken die eigentlich ist. Ich versuche mal den Ball nach vorne zu... Ah, hat er gut gemacht. Hat er gut abgefangen. Ich bin halt wirklich übel. Bad gegen alle. Das ist ja logisch, weil ich als Einzige bin, der kein... Kein... Gut als Leben hier bekommen hat. Ich versuche jetzt mal hier die UL zu nutzen. Komm. Komm. Nice. Das war Klatsch. Aller nächstes Mal werde ich nicht mehr... Werde ich nicht mehr den Tank nehmen. Das ist ja der Einzige, der dann... Das ist ja Lost für mich gewesen im Nachhinein. Jetzt hab ich das ja alle im Busch stehen, dann slow ich sie. Hey, oder? Digga. Ich werde nie wieder den Tank nehmen. Das war Lost. Ich sag, ich muss den Carry Brawler nehmen. Dann muss irgendeiner von meinen Mates den Tank nehmen ab jetzt. Okay, auf geht's. Hier gegen Leon, Bell und so weiter. Eigentlich am Anfang eher sogar ein bisschen defensiv spielen, weil die offene Map uns ja dann entgegenkommt. Wisst ihr, was ich meine? Okay, macht einfach auf. Was ist das denn? Oh, gute Hits hier auf Leon. Oh nein, Junge, ich... Hier war zwei gegen zwei. Ihr dürft ja nicht sterben. Ihr dürft ja wirklich nicht sterben direkt. Ihr hattet keinen Nachteil. Hier war zwei gegen zwei, Digga. Was ist das denn? Hä? Warum? Wir hätten das auch noch easy gewinnen können. Ich hab jetzt hier noch keine Ultfieden eigentlich. Was soll ich sagen, Mann? Hä? Wieso? Egal, das ist auch eine Map. Ich muss mal schauen. Nur ein bisschen überleben müssen einfach. Ah, immerhin besser einhitten als keinen, dachte ich mir. Wow. Wow. Ah, gut, bin ich auch fairerweise gestorben. Ah, halt wieder die viel schlechteren Mags, Alter. Bekommen. Schade, Mann. Egal, wir können es noch schaffen. Komm. Ich check's aber halt nicht. Die sterben halt innerhalb von wenigen Sekunden. Ja, okay. Sag ich ehrlich, war es aber lost von mir. War wirklich eine schlechte Runde. Also ich versteh grad nicht, wie ich die nicht kriegen konnte im Eins gegen Eins. Ah, ich... Die Bälle ist auch irgendwie im Eins gegen Eins grad einfach viel besser. Also ich muss es halt ehrlicherweise auch sagen. Läggert mich auch. Ja, Gadget aktiviert. Das ist nicht so viel. Ja, geht doch, Mann. Geht doch, Mann. Double kill. So, Leon ist unsichtbar wahrscheinlich. Nee, achso. Das ist der richtige. Achso, wir dürfen die Ult nicht featen. Also lieber jetzt schnell rausnehmen. Ich sag ehrlich, war ganz gut. War davor auch ein bisschen lost, leider. Das ist ja nie zu spät. Mal schauen. Was? Ich hab einfach gedacht, komm. Die wird nicht damit rechnen, dass ich einfach geradeaus gehe. Hat sie auch nicht. Boah, komm. Jetzt ist ein Comeback hier. Der Carry einfach, Leute. Der Carry. Da waren die Kills, die wir gebraucht haben. Was für Carry? Digga, ich hab zweimal den ersten Kill gemacht. Ich hab grad drei... Hä? Natürlich Carry. Was denn sonst? Ich hab ihn zweimal in Überzahl gebracht. Danach war es ja leicht. Und überhaupt hab ich die Kills gemacht. Nicht von Bell hätten lassen, so sehr. Ich hab das Gefühl, dass jetzt wieder einer direkt früh stirbt. Oh je, ich bin das einfach. Ah, Mann. Die Runde ist einfach nicht gut von mir, Mann. Da darf ich auch nicht so sterben. Aber wenn wieder offen ist, ist es wieder gut für mich. Problem ist halt, dass die am Anfang halt so gut rausnehmen können. Egal, komm. Ich hab das wieder. Das ist halt wieder lost, leider auch von mir. Merchenspike mit 1 gegen 3 jetzt. Ah. Boah. Hätt's fast geschafft, ne? Jetzt muss ich kurz ruhig sein, mich konzentrieren. Das ist definitiv noch mehr als machbar. Sehr schön, aber von meinen Mates. Keine gute Runde jetzt von mir wieder, muss ich ehrlicherweise sagen. Nee, also das war wirklich meine Mates jetzt. Geil. Das war jetzt definitiv meine Mates. Übelstark. Komm. Schön jetzt auf Cold. Cold sehr low jetzt. Nicht hitten lassen. Dann gut zurückgedrängt jetzt hier. Wieder gute Hits auf Cold. Mach jetzt nicht die Ult hier lieber. Oh shit, Bell. Getroffen. Leon darf halt keine Ult kriegen. Ich weiß halt nicht, wie weit Leon halt zur Ult steht. Jawohl. Das war so entscheidend, ne? Ja. Yes. Aber ja, ging, ging, ging. Hau mal die Stats an. Ja, aber kommt. Schon. Starspieler, Meister, Schaden 7, 4. Meine Mates 4, 4. Ja, war schon. Aber kein krasser Karo jetzt insgesamt. War okay. Bellgadget hat nicht getroffen. Sehr gut. Rock trifft mich auch nicht so weit. Schön. Okay, Surge kennt auf mich. Ich bin oben bei denen beim Tor. Na, ich muss mich ein bisschen zurückziehen, leider. Scheiße. Shit. Gut. Okay. Schön, ich habe Ulti. Was ist zu dir? Ach, scheiße. Jetzt Karo jetzt muss ich mich nicht kassieren. Kass hier rüber. Yes. Huh. Komm, jetzt. Müssen wir gewinnen. Ungetroffen. Ah, schön gespielt. Schön gespielt. Okay, komm, 1-1. Nicht zu aggressiv für Muster Surge. Ja. Arbeit. Das ist nicht gut. Okay, das geht dann doch gut. Gut gehabt, ja. Ja. Gute gespielt. Echt denn. Schön. Ja, ich bin los. Ich biete Surge zu sehr scheiße. Ich bin alles tot. Schön gespielt von euch. Nice, haben wir, haben wir, haben wir. Pass. Schön. Stark. Okay, mal schauen, wie meine Sets waren. 4-4, ne? Habe wenig Schaden halt vor allem gemacht, ne? Abstand. Ich bin so wenig Schaden. 30.000 Schaden, das ist schon. Boah. Ansage. Wenig, ne? Ist okay. Immer nicht so oft gestorben. Hätte ich mehr, hätte ich offensivweise, hätte ich mehr Schaden machen müssen, ne? Vor allem. Okay, komm, auf geht's. Simon, drei, wenn wir gewinnen. Müssen wir schaffen. Boah, Junge, dieses mythische Abzeichnen sieht so geil aus, ne? Komm. Und direkt Gadget an, haust direkt bei denen schön rein, dass die nicht mehr so viel machen können. So, einmal hier Gadget. Genau. Ja, sehr schön. So ist der Eingang direkt dicht. Genau. Ich hab eigentlich ein bisschen die Zone erhalten. So, weiter zur Freien zu gehen. Okay. Bounster hat nicht getroffen. Sehr gut. Nice. Bleib gut getroffen. Wichtig. Eingang wieder dicht machen. Ist okay. Erste Prozent schon mal geholt. Ja, Heal ist natürlich von ihr. Nerven. Ist okay. Na, schau mal. Gut, der ist klar. Okay, geil. Geht rein. Oh. Gut von ihm. Jetzt geht's Heal. Jetzt geht's Heal. Na, das ist schwierig. Na, das sauber ist nicht unbedingt. Ah, doch, hab getroffen. Ja, Gadget ist auch Hypercharged. Auch nicht so geil. Schön, Abyslow. Schön. Ja, schön rausgenommen. Stark, 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 stark. Jetzt haben wir gute Kontrolle. Leider knapp getroffen. Ist okay, aber... Ah, ist mehr als okay noch. Nice. Sie werden gut getroffen gerade. Hab wieder Ulti jetzt. Ich hab mir die Ult mal noch auf. Lass die hier gleich reinpushen. Dann hau ich die hier voll rein. Bist du überraschend. Und ich hau jetzt Ult rein. Nice. Wichtige Ult. Eiklaut Nutzungsbedingung. Perfekt. Schöne Runde. Das ist eine richtig schöne Runde. Kannst du die Zone gut halten? Das ist so stark auch hier. Hä? Das ist wirklich mal gut. Ja, komplett dominiert. Ja, komplett dominiert als Hotzone. Keine Chance für die Gegner. Das war richtig stark, Jungs. Wenn wir das jetzt nochmal gewinnen, haben wir es. Ja. Oder zu 28. Entscheidendes Game. Wenn wir jetzt gewinnen, sind wir. Diamond 3. Okay, direkt wieder die Gadgets nutzen. Ich hab extra nicht plus 1 gemacht. Ich hoffe, das war die richtige Entscheidung. Aber das her läuft es damit sehr, sehr gut. Genau. Eingang wieder zu. Jetzt kann die Battle. Ah, war ein bisschen weit. Ja. Vielleicht ein bisschen arg weit hinten. Die Pearl versucht reinzugehen. Ich hab mein extra Gadget schon mal an. Ja, passt. Ah, nicht ganz sterben. Passt. Der wird wieder schön geslote jetzt hier auch. Gadget wieder sehr, sehr gut gewesen. Kann grad nicht ganz so gut halten. Genau. Hau dir jetzt nochmal ein Gadget rein. Nice. Gadget wird ihm voll gemisst. Sehr gut für uns. Pearl nochmal getroffen. Pearl. Gut getroffen. Alles raus. Alles raus. Schön. Schön. Da passt alles. Quick super Call gewesen. Musst du noch erhalten. Schieß ein bisschen rein. Halt die zurück. Schnellere Ult-Aufladung auch aktiviert. Pearl, Gadget aufpassen. Ult nochmal reingehauen. Schöne Ult. Rift noch gut. Ja. Stark. Das ist super stark auch gepickt gewesen. Bei uns nochmal aufpassen. Muss man zurückgehen. Hab die nächste Ult. Du musst ja aufpassen. Zukunft wollte ich nicht verlieren. Muss jetzt kurz healen. Ah. Hat die gut getroffen leider. Hab die Ult reingehauen. Hab wieder gut getroffen glaube ich. Ja. Ist so stark. Das war jetzt wirklich mal eine richtig starke Runde Jungs. Geil. Hä? Das war die entscheidende. Geil Mann. Das war mega souverän. Ja. 92%. Wir sind Diamond 3. Ey. War auch mal wirklich eine Runde, wo ich auch mal wirklich gut mitspielen konnte. Mal schauen wie die Sets waren. Ja. Okay. Fair. Der Schaden war nicht so krass. Habt ihr schon mehr Schaden gemacht. Junge Omega. Junge. Beide aber. Übel krass. Diamond 3 Mann. Plus 172 einfach. Wir gehen Richtung Mythisch. Und damit. Jetzt hier der Ranked Drop. Okay. Ich will endlich den Dynamax-Skin bekommen. Bitte. Komm. Ich habe auch noch keinen Skin gezogen. Jetzt auch noch keinen. Ja. Safety. Ich schaue sich niemals bei 50%. Okay. Auf geht's. Die letzten drei oder vier Games für Mythisch, wenn wir gewinnen sollten. Theoretisch. Da ist direkt. Ich habe Aims auf meiner Lane. Wir können ja eventuell Lane-Switch machen. Das müsst ihr natürlich sagen. Jetzt Speed genommen. Warum auch immer. Ich möchte jetzt Hardway rein. Also ich kriege mal Spinnen. Ah. Die Spinnen waren nice. Die Spinnen waren nice. Hab theoretisch auch die Ulti für die Aims-Q. Ich kann immer noch die Ulti auf die Aims jetzt auch immer werfen. Ich habe mir die Ulti mal auf für den Notfall. Ich muss die Ulti gar nicht setzen. Habe ich so. Nice. Ich habe nochmal Hypercharge. Ich gehe nochmal rein mit Hypercharge. Geht vor euch. Nice. Muss ich jetzt auch gar nicht treffen. Ist gar nicht wichtig. Ich gehe nochmal rein. Nice. Wir hatten gar keine Chance. Aber auch gar nicht mal so viel gemacht. Habt ihr gut gespielt. Schön. Schöne Kontrolle. Schöne Runde von euch auch wieder. Tag. Ja. Nice. Richtig Hypercharge schon mal rein gehen. Let's go. Haben wir. Schön gespielt von euch. Schön gespielt. So stark. Schön. Sau stark. Mal schauen wie die Stats waren. Aber alle kommen mal 7 drauf. Von mir und mal ordentlich Damage. Ich glaube die Runde war mal sogar ganz gut mitgeholfen. 180. 2 Games für Mythisch 1. Nachher vielleicht Vision nehmen sollen. Egal. Du hast keine Vision genommen. Nein. Proof. Er ist los. Brow ist noch im Busch oben. Schön. Hildische. Nein. Wo ist Crow? Da ist er. China vielleicht grab. Tod. Nice. Der ist ja übel reingelaufen plötzlich. Okay nice. Das müssen wir eigentlich noch zusammenhalten. Das ist nichts mehr Wasten. Kommt rein. Das war's. Achso das war's schon. Sehr gut. Soll ich mich direkt unsichtbar machen? Nee. Oder erstmal ein bisschen chillen? Ich sag dir mal nicht mehr. Wie macht der Gadget? Jetzt unsichtbar oben rechts in die Mitte bei denen reinlaufen. Oben mit. So ne? So ne? Jupp. Oh. Oh. Das haben sie sehr gut gemacht. Bin ich tot. Geen raus. Oh boah. Naja. Schade. Nadi. Ich weiß nicht wie ult war's. War nicht so gut scheinbar. Nicht auf Nani gehen sollen oder? Hm. Du hättest weiter außen in den Busch reingehen müssen. Aber es war ein Lack. Darüber gesteppt ist und auch noch ulti hatte. Also da waren schon unglückliche Zufälle dabei. Da ist keiner mehr drin, Chef. Gino. Ich hab's gut. Wer hat ihn verettet? Oh Junge, 40 HP. What the fuck? Wie Bolsonaro. Oh, das war knapp hin. Ja, ist okay, ist okay, komm, ist fast down. Oh mein Gott, schade, schade, schade. Ah, ich hätte das Ulti gehabt und Hypercharge. Oh, wieder 4-0. 3-1-1-1, oh mein Gott, der ist low. Zack, Emerilliён, Homebox-Satan. Starck, komm, best of 3. Oh, ich Mateo n footage, die war echt zuast. Cool. Fokust einen, zusammen. In dem Fall der Crowe ist zu aggressiv. Ja, schön. Sehr, sehr schön, aber wirklich, glaube ich, zu aggressiv. Ich heal es kurz, das beide erstmal healen, beide erstmal healen und dann holen wir uns den zusammen. Sehr, sehr schön. Schöner Carry, Chef. Jetzt können wir hier reingehen, jetzt hier ein bissel von unten, genau so. Und jetzt zusammen. Hier, du regest. Hat aus da auch von einer Seite. Sehr stark, komm, ein Kill, ein Win, eine Runde noch. Time is. Bitte. Jetzt müssen wir es schaffen. Ich gehe noch nicht mit Ultjits rein, nur direkt, würde ich sagen. Jean pullen, ne, aufpassen. Jean pull daneben, okay. Mein nächstes Gadget. Ich bin jetzt unsichtbar. Ich versuche, er hat mich getroffen, leider. Ja, der sieht mich natürlich jetzt. Oh, wunderschön. Komm, ich komm, ich komm. Hab Nani. Let's go. Jean. Das war schön. Okay, ey, bitte kriege ich jetzt auch nicht wenig Plus, weil gerade eben habe ich dann minus 86 gedrückt. Da bekommst du nämlich ein bisschen Angst. Doch, 151. Ein Game. Ein Game. Let's go. Okay, komm. Entscheidendes Spiel für mythisch, Leute. Auf geht's. Wie gehe ich? Rechtslinks. Ich meine rechts jetzt, ne? Äh, relativ. Du musst jetzt passiv bleiben, tatsächlich. Du bist kompletter Verteidiger. Okay, okay. Ich probier's. Dank für die Hinweise. Vor allem lässt es halt nicht feeden. Okay, du gehst ganz außen rechts, Jonas. Ganz außen rechts. Ja, ich komm. Ich bin da, bin da. Nice, schön, schön, schön. Okay, passt. Das Verteidiger. Schön. Ah, dass ich fast finishen können. Schade. Schön gefinisht. Stark. Und ich balle, ich muss immer wieder unten voll sehen. Oh, nicht. Ohpa, wir sind besorgen. Hm, ist okay. Ist okay, ist okay. Okay. Ich bin nur 10%. Der Verteidiger. Lingen schnittend. Schüsse noch zu Ulti, Jonas. Äh, ich hab erst die Hälfte etwa drei. Lass uns sein. Ich sorgte dafür, dass die nicht an den Ressort kommen und ich mach den los. Okay, ich probier's. Nice, gut aus. Sieht sehr gut aus. Ist so gut. Gingst immer wieder Hits. Ich hab gleich einen Bären. Den Bären hebe ich mir aber auf jeden Fall auf, ne? Hattest du gesagt, Verreiser. Ist okay, das Hypercharge. Achtung. Der öffnet jetzt. Ja, ich heal fast. Ich heal fast. Schön. Oh mein Gott. Richtig gut. Die Jessie ignoriere ich. Die hat eh keine Ulti. Ich geh weg von der. Hab Ult. Jetzt kann ich mit Bären reingehen, ne? Wir alle, jetzt müssen wir. Ja, Schild ist an. Schild ist an. Jawoll. Jawoll. Hab noch Leon. Hab noch Leon. Ja, das ist GG. Das ist du. Das ist zu viel Prozentvorteil für uns. Das können wir nicht verlieren, wenn wir nicht scheiße spielen. Nice. Ja, ich hab jetzt, ich hab jetzt den nächsten Gären. Ich hau nochmal rein. Gechillt. Jawoll. Stark. 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 Okay, ein Game noch. Führ mütisch damit. Entscheidendes Game für mütisch, Leute. Wenn wir jetzt gewinnen, haben wir es. 1-0 führen wir auch noch. Jesse Milane geswischt. Okay, interessant. Der ist halt auch gar kein Vollfeed, ne? Geil. Geil. So viel Wissen zu helfen. Ich half hier ein bisschen. Okay, ich bin am Versuch. Sehr, sehr gut. Hab Jesse einen Hit gefeated? Ist aber okay. Okay, ich hab gut damage gemacht. Dann können wir zusammen easy rausnehmen. Ich führ die einfach Ult zu farmen, Jonas. Die beide verteidigt. Bin gestorben, leider, aber lost. Egal. Nicht schlimm. Oh, Jesse. Aufpassen. Ist nicht gefährlich ohne Ulti. Ich geh ran, ne? Ich hol die raus. Nice. Ist die beide gequillt, krass? Ich glaub nicht, oder? Eines meines. Nee, Jesse lebt, Jesse lebt. Scheiße. Ist okay. Schön, wichtig. Okay, ich... Okay, beide Seiten sind oben bei denen geöffnet. Das ist sehr, sehr gut. Ja, ich komm jetzt defensiv. Das ist der Rechte oder der Leon? Ich weiß, das ist der Leon. Er passt die Ulti. Ist gut. Ja, Jesse hat halt Ulti. Für den Bären defensiv nutzen mach ich jetzt aber lieber nicht, oder? Nee, nee. Leon kommt mit Hy... Ja, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Oh, das ist... Ich hab den Bären jetzt. Ich hab den Bären jetzt. Ich hab den Bären jetzt. Freilangs mit Hypercharge, ne? Ja. Warte, willst du ihn benutzen, wenn wir alle... Ja, ich komm, ich komm, ich komm. Ja, die war lost. Die hat verkackt. Hab sie. Haben wir. Haben wir safe. Jawoll! Oh mein Gott. Stark gespielt. Wirklich stark gespielt von euch. Ich frage mal, ob wir meine Sets waren. Ha! Boah! Starspieler 3-2. Wahrscheinlich wegen den Bären. Geil. Nein, du wirst es nicht. Du hast keinen Lied. Nein! Ich seh's. Egal, egal, das schaffen wir. Egal, auf geht's. 20 Punkte für Diamond, Leute. Wir haben zwar alle 2.000 Lied mehr, aber wir haben mehr Schaden. Ja, wir haben auch ein... Das ist ein kompletter Tank-Conter. Das ist vielleicht schon mal. Vor allem Duck natürlich sehr, sehr lost. Der Duck kann eigentlich nicht viel machen. Ich hab plötzlich nicht gefeated, leider. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ist okay, ist okay, ist okay. Der erste Gadget. Ja, der erste Gadget. Nice. Sehr schön. Nächstes Gadget? Zweites Gadget. Ja, ist raus. Sehr schön. Okay. Dann einfach von einer Seite zur anderen Seite. So, ich hab jetzt die Ulti. Ulti jetzt hier rein. Ja, sehr schön. Wir haben komplett gut getroffen. Ich kümmere mich jetzt um die rechte Seite. Chef, push mit mir, damit ich die rechte Seite öffnen kann. So, ich mach hier auch nochmal auf. Ah, ne. Wir haben den Wunder. Ja, ich seh's. Hab ihn nicht ganz bekommen, Leute. Das ist natürlich jetzt bitter. Wir werden jetzt nicht gestorben, zum Glück. Okay, es ist 3-4. Es geht, es geht, es geht. Komm, 3-4. Hier ist offen. Nice. Wir fühlen, wir fühlen, wir fühlen. Wir haben den Blue Star bekommen dafür. Ist gut. Aber wir sollten nichts zurückdrängen lassen. Weil Open Map können die nichts machen. Beim Duck nichts. Nice. Okay, wir haben den frei. Richtig. Ich benutze halt. Ich benutze halt. Late Ulti. Schön. Ist okay, ist okay, ist okay. Und oben. Leon kommt jetzt die ganze Zeit. Oh, was? Damage macht der Loll. Nice, ist okay. 15-13, 15-13. Okay, wir haben los. Ich darf halt nicht sterben, ne. Ich darf nicht sterben. Ich hab Lust da auch. Nochmal weg. Okay, jetzt sind die Seiten offen. Jetzt können die fast nichts mehr machen. Ja, passt einfach auf jetzt. 20 Sekunden noch. Ich hab Colette. Ich hab Lust da. Alles gut, ich hab Lust da. Dürft nur nicht sterben jetzt. Ich hab Lust da. 13-15. Ich versuche ihn wegzuhalten hier. Der Scheiße. Da kommt jetzt. Ich darf nicht mehr nichts machen. Und dann hab ich. Stark. Nice. Stark. Stark. Stark, stark, stark. Boah. Okay, genauso nochmal. Dann haben wir mythisch. Wenn wir die erste Reihe bei denen weggebrochen haben und noch Lead haben, dann lassen wir uns nach hinten fallen und öffnen bei uns alles. Ja, 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 ja. Viel Freiraum. Okay, komm. Genauso wieder spielen. Ein Game für mythisch 1, Leute. Auf geht's. Puh. Er gehört direkt wieder auf der Seite aufgetaucht tatsächlich. Interessant. Lass sich beide gut hinten gerade. Sehr schlimm. Okay. Erstes Gadget. Hm, ich hab glaub ich das Gadget gemisst. Ja, scheiße. Okay, kollektiv. Leon unsichtbar, Leon unsichtbar. Kommt, Achtung. Leon ist immer noch unsichtbar irgendwo. Scheiße. Guter Krall. Ja. Oha. Scheiße, schade. Jonge, wie die Ulti daneben geflogen ist. Scheiße. Oh, schade, egal. Dem ist bloß da. Ich hab jetzt eigentlich aufgerissen. Gut, ich SP das mal. Ziemie Seitenoffen. Ja, das ist eigentlich jetzt gut für uns. Komm. Wir haben uns nur nicht zur Seite zurückgeträngen lassen jetzt. Wie? Wir können jetzt pushen. Wir pushen den, den Sparment sein muss. Ja. Oh, du hast Held, ChargeU. Gut. Ich krieg's den nicht ganz. Haben ihn, wir haben den Leon. Du kannst rausgehen drauf. Nice, nice, nice. Ich geh wieder zurück, ja. Jetzt müssen die kommen. Wir lassen die schön reinlaufen immer wieder. Ja. Jupp. No, Leon holt auf. Halperchock auf. Shit. Der Kommers ist nichts. Hat Halperchock aufgelassen. Das passt sonst nicht gut. Kann mir mal ein Bild. Okay, Leon Halperchock zurück. Ich hab Leon getroffen. Da ist Leon. Scheiße. Shit. Er hat mies reingehauen. 6 zu 11. Sagst du was? Er ist wieder da. Das gibt's doch nicht. Scheiße. Das ist egal. Der Leon nimmt uns alleine. Leon wieder Ulti. Wir müssen aufpassen. Kann nicht sein. Leon hat's irgendwie gemacht, die Runde. Okay. Aber jetzt keine Ulti wieder. Wir können's noch holen, komm. Wir müssen Leon killen. Wir müssen Leon killen. Der ist hier rechts bei mir. Der ist links jetzt. Der hat aufheelten. Der hat hoch. Oh mein Gott war das. Ah okay. Nee du denn nicht. Okay. 20 Punkte. Weil du hättest sonst oben nochmal bei denen breaken können und dann hätten wir noch besser vergeben. Naja. Das ist gadget nicht fair. Ich weiß. Ich wollte nicht zu nah an den Dark gefahren. Das war lost. Hier kommt 20 Punkte. Jetzt schaffen wir. Death geht rechts. Also eine Spalte weiter rechts. Okay. Der Heel-Gage direkt abgemacht. Okay. Soll sie machen. Schön. Sollte offen sein, ne? Ja. Wir haben Loose. Aber ist okay. Ist okay. Ah ja. Leon ulti auch halt immer wieder. Lettuce hier. Da ist zu weit runter der Leon. Chef wir holen ihn jetzt. Ja ich komm ich komm ich komm. Ja. Dann bin ich nicht mehr raus. Ich hab gute ulti gelandet. Aber hat gut reingehauen. So lucky entkommen. Egal. Das war eins. Auch noch entkommen. Ich würd nochmal Gadget machen wenns geht. Ja. Ab Leon in der ulti. Sehr schön. Sehr schön. Ab auch. Ja das ist gut jetzt. Jonas. Hier hinten. Hier. Stell dich da wo ich bin. Stell dich da wo ich bin. Jonas. Ja. Da aufmachen. Ne hier. Da wo ich stehe. Da wo ich stehe. Genau da zu mir laufen. Ja. Und da Gadget drücken. Danke. Ich warst noch verkackt. Ich wusste nicht wer redet gerade. Also in Sekunde. Ich wüsste nicht wer gerade wer war. Sorry. Das war mein Problem. Warte so. Hab der gut gedrückt. Das gibt's nicht. Die ist fast gestorben. Ja fast. Ich hab nächste ulti jetzt dafür. Hab ne gute ulti getroffen. Hab ne gute ulti getroffen. Achso okay wir führen 3-7. Wir führen 7-3. 7-3. Passt. Ich weiß nicht Leon. Hat Leon ulti? Ne. Ne ulti. Ne ulti. Sehr sehr gut. Ne ulti jetzt. Die dürfte nicht sterben. Damals meine ulti, muss ich unsichtbar gehen. Würdest du ein donk rausholen? Wo ist Leon? Hab ult. Ist okay. Einmal nicht beide sterben. Achtung Achtung Achtung. Müsste es aber eigentlich seien. Jawoll. Schöner Kill nochmal. Gut gecalled mit Gryff. Gryff war sehr gut. Jetzt aber wirklich, jetzt aber wirklich mythisch. Muss es ja sein, 6-3, 12-7, schönes Setz immer hier. Und, jawoll, mythisch 1, Jürgen, es war echt hart. Verdammt, ich bekomme einen Legendary Startup dafür, glaube ich, ne, ja. Oha, die Kampfkarte, Giftwolken, 1915 ist auch echt hilf. Boah, geil. Bist du auch mythisch, Chef? Ja, hab Colette Starpower gezogen. Boah, geil. GG, danke. Oder eher euch GG's, ne, natürlich. GG. Sehr, sehr geil. Leute, Legendary Startup, auf geht's und wir bekommen... 1000 Bling, Mann. Okay, sagt er. Lol, er ist ja übel reingelaufen, hä? Ulti oben rechts, oben rechts. Ne, ich wollte auch sagen. Hab ihn... Stunt doch. Hab ihn fast bekommen, aber nur fast. Du hast Angst, warst du auch wieder die nächste, Ult, ehrlich. Jetzt mal links, Ult, oder? Ich warte noch kurz. Naja, oben, Mitte, oben, Mitte. Na okay. Willst du total? Schöööööön. Ich hab jetzt keine Gadgets mehr. Ja, aber gut, das war ja total souverän. Schön, aber immer. Schön, 4, 0, 4, 0, 7, 0. Stark. Bis 80 krieg ich jetzt nur noch. Hab ihn, let's go. Wichtig. Geil. Oh, dein Neft ist extrem hier. Oh. Oh, hat mich gestunt, shit. Egal, wir führen noch mit einem Punkt. Schön. Ist noch einer? Ne? Ich kann schon offensiv gehen, ja wobei, hast schon recht, ja komm wir brauchen nur noch, wir müssen uns nur noch defensiv bleiben, wir führen, wir führen, wir führen, ja ok, crazy, hä, was machst du denn mit Woters, hä, das war ja übel krass, ich hab also wirklich Grey gar nicht gefühlt, der habe ich nie gespielt, da war es glaube ich ok, mage stirbt direkt, der andere, der Dings ist direkt auf die Bahn gesprungen, das ist natürlich auch Jalex, sehr gut, hat auch ein bisschen lost, dass der Tick sich auch immer wieder die Dings nimmt, die Gems nimmt, das war stark, das war stark, da hat es nicht gereicht, aber ist ok, doch, retten gekillt, retten gekillt, wenn er sich jetzt die Gems nimmt, ist es vorbei für die Gegner, ich gehe dazwischen, das T-Laport mich nach hinten, das war gut, das war sehr gut, als ob wir mit Rams gewinnen direkt, oha, nice, oha, voll die guten Mates direkt, mit Rams einfach direkt, was ist gut, wenn wir das schaffen, Junge, die sind so lost, die Gegner, hä, die spielen hier immerhin jetzt auf keinem so schlechten Niveau, ne, ich check's grad gar nicht, wieso es so läuft, dass der schon sogar aggressiver setzen können im Nachhinein, glaube ich, da kommt er jetzt, der kommt nicht rüber, der läuft in die Bahn rein, Junge, was machen die Gegner, WTF, das ist natürlich ein bisschen eklig, die müssen jetzt irgendwie killen hier, Junge, Junge, was machen meine Mates, ich hab viel bessere Mates als die Gegner, hä, ich weiß es echt nicht, die war total chancenlos, ich hab viel bessere Mates gehabt, ja, die haben becarried, Junge, WTF, schau dir an, das ist 81, oha, oh mein Gott, ich hab ihn fast, ich seh's, ah, Leon, Hypercharge, ah, Junge, ich hab ihn bekommen, 15, ich hab ihn bekommen, 5 Sterne, ich hab noch 2 Gadgets extra, lass jetzt kurz pushen noch, am Ende, ich glaube, das ist aber over, warte, es sei denn, wir kommen jetzt ran, oh mein Gott, nice, Leute, das war krank, boah, ich bin gerne, ist gut aufgehoben, Leon jetzt ulti, wird bestimmt nicht auf mich gehen, weil ich hab ulti, der wird jetzt reingehen, der kommt jetzt, Leon hat Hypercharge gemacht, Leon hat Hypercharge gemacht, Leon wird hier kommen, oh mein Gott, nice, jetzt go, haben wir, oder, normalerweise ja, stark, stark, ich hab versucht, defen, mal schauen, wie die Stats waren, ach du Scheiße, weil ich so schlecht, 1 zu 6, Junge, hä, hab ich gemerkt, ich hab plus 127 bekommen, wirklich schon, was ich bekomme, 171, ich bin ein Gameform mit durch zwei damit, let's go, oh mein Gott, Junge, hä, ja, Bro, stelle mich auf, hä, hab ihn bekommen, nämlich auch, schön, das ist ja machbar, 15, 16, 1 Sterne, Leute, 4 Sterne, 4 Sterne, 4 Sterne, wir führen jetzt, nein, es könnte krachen, jetzt kommt, stark, geile Runde, geile Runde, hab ihn, aber ich bin tot, nee, aber Duke ist tot, auch nicht, auch nicht, oh mein Gott, oh, ich fühl, oha, gut, Duke, ähm, ja, ist okay, ähm, ja, let's go, oh mein Gott, Junge, let's go, 14, guck mal, ich hab auch mitgeholfen, 5, gut, nicht krass, ihr beide habt gecarried, aber 5, 5, ist okay gewesen, let's go, ich bin, ich hab's geschafft, ich weiß nicht viel plus, oh mein Gott, 171, ja, okay, ich bin jetzt offline, okay, geil, ja, ja, sehr geil, danke, sehr, sehr geil, Gutes, geil, übelstark, okay, ranked startup jetzt, okay, komm, deine Mike, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn bekommen, ich hab, ohne Witz, ich hab die ganze Zeit, ich hab am Anfang mal den Maze-Skin auch bekommen, let's go, geil, hab den Spike überhaupt, das was bringt, scheiße, na, hab ich schon, ja, wahrscheinlich schon, oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin der Gotiker, schöne, ich hab zwei getroffen, alle links, glaube ich, Junge, Dirk, du bist insane, DTF, er hat alles ausgenommen, du bist gewalt, insane, ja, Angel ist da, ich weiß, ich weiß, ich weiß, er hat Gadget, ne, ja, er auch müssen, aber es ist doch, also er hat Ulti, auch nicht, das ist kein Problem eigentlich für uns, nichts gemacht, die Runde, komplett reingecarried, ja, okay, da kann ich, hey, wie gut habt ihr bitte beide gespielt, hä, geile Runde, ja, das ist sehr stark, oh, warte kurz, schön, schön, wir haben schon, ich hab das Ulti noch, die hebe ich auf, muss ihr am besten einfach eine Holt farben, wenn ihr vielleicht keine geben, ich kann auch Hyper-Charge auch ausmachen, ja, passt schon, passt schon, passt schon, ja, soll ich unsichtbar gehen, ja, 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 aber nee, nee, nicht auf den Angelo, Digga, der hat doch jump, lost, egal, ja, dann war das jetzt lost, egal, für spät gesagt, hier leben wir Racken, ja, ist down, aber überlegt, ich muss wieder gehen kurz, oh, die trifft nicht mehr, was ist das mit der Hitbox, der war aber auch sehr low dafür, oh, jetzt aufpassen mit dem Preußenschuss, der kann aber eigentlich nichts machen, kann es da eigentlich nicht rausnehmen, ich hab gleich Ulti, ich hab irgendwie das Gefühl, ja, doch nicht, Jonas geht's wieder rein, oh, sorry, ich dachte, ich müsste den Angelo mithitten, ich hab sehr gut jetzt auf den Spike, ist unsichtbar, trifft mich nicht, oh mein Gott, ich treffe mich nicht, das ist so schnell, nice, jetzt war über die souveräne Runde von uns, hä, stark, jawohl, 147 plus, Junge, jetzt läuft's noch richtig, ich hab 130, 130, ja, 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 komm, die Streak halten wir jetzt, jetzt komm, wir sind in der Gatlet, äh, Jonas, ja, hab ich jetzt mal Spaß, oh, die Game Sans, ich bin einfach nicht in die Zone reingegangen, damit ihr nicht sehen, dass ich, abhin, das ist gut, das ist gut, das ist gut, ne, passt alles, und jetzt komplett die Kontrolle, soll ich die Zone einfach mal halten jetzt, oder soll ich mithelfen, halt die, halt die, halt die, okay, hab auch die Ulti, also mit Fang reinkommen würde, ist easy, jetzt komm, nice, das ist übel sogar rein eigentlich, Gute Runde, stark gespürt von euch, ja, genau so nochmal, das Trikot war ein sehr guter Pick von euch, ah, keine guten Sitz, Junge, Leon einfach total bergen, 164 plus, 164 plus, Leute, geil, man, danke, komm, schaffen wir, schaffen wir, wir gewinnen müthisch 3, Vordelius kann eh nicht so viel machen, ne, eigentlich, ich geh Mitte, ne, ich geh Mitte, ne, ne, wir lernen, wir lernen, ich geh L propor, ja, wir haben direkt Kontrolle, wir haben direkt Kontrolle, sehr, sehr gut, happo, ja, schön, 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 die sind nicht gut, die sind nicht gut, ne, wirkt echt nicht so, ähm, Fang hat ein Ding, 0-16, oder viel, okay, da passt auf, ich hab noch ein bissa geult gehabt, aber wir haben so viel Leben, Der kriegt uns nicht mal down. Jonas? Gute Hult, gute Hult. Gute Hult. Nice. Egal, der ist fast down. Jawoll. Das sind noch 2 Minen, das sind noch 2 Minen. Ist okay, ist okay. Easy. Geh mit dir Jonas, geh mit dir. Alles gut, ich bleib schon mit der Hulte gerutscht. Falsche Reihenfolge, ich würde eigentlich erst halb, egal. Viel besser gepickt hast du hier. Viel viel besser gepickt. Aber wie wir die outpickt haben. Bro. Digga, meine Stats wären schlecht. Egal. Der nimmt mich immer raus, glaube ich, eventuell. Aber ist egal. Ne, ich habe überlebt. Ich habe Hypercharge auch, ist okay. Ich komme jetzt mit Hypercharge und Ulti in die Mitte. Bro. Ja, egal. Wow. Das ist es, das ist Mythisch 3. Das ist geil. Ich muss einfach das mal healen jetzt. Na gut gemacht, war lost. Egal, habt ihr, habt ihr. Ja, Leon auch wieder. Das ist der beste Brawler mit Abstand. Das ist crazy. Wir sind Mythisch 3, Leute. Das ist so gut, Leute. Hä, das ist so gut. Guck mal, auch hier 6-3 die Runde. Da kann man nichts sagen. Wir müssen immer Leon picken, wenn es geht. Mythisch 3. Hä, wie gut. Wurzel hat 38. Legendary als nächstes. Ich weiß gar nicht, ob ich noch irgendwas kriegen kann. Oha. Ich krieg das Spielereign von Snake. Diese Schlange, die er immer hat. Und ich bin useless die ganze Runde lang. Und viele nur Ult. Ja. Und irgendwie. Shit. Das war nicht schlau. Das hat sich eigentlich lau angefühlt. Ja gut, das ist richtig underrated. Ich krieg das auch gut. Die Kassi, die sind aber alle. Ja gut, die Runde war jetzt nicht. Oh! Ich muss rechts gehen. Ja, ja, ja. Klar, klar. Da war auch nichts. Wo soll ich Ball hinschießen, hä? Ich weiß nicht. Na, den Ball haben wir ihn. Korner? Nee, ich korner noch. Ja, ist halt nicht. Digga. Nee, das war echt Lost von uns, ja. Ja, Tanks zu nehmen ist halt einfach nicht so smart. Ja, ehrlich. Bis hierhin aber hart gerade, hä? Das ist hierhin richtig hart. Sie können mal. Kann's passen? Ja. Oh, ich wurde gestoppt. 1-0, oder? Scheiße, nicht 1-0. Hypercharge und Ulti. Lauf rein, Lerberak. Lauf rein, Lerberak. Lauf rein. Nice. Als ob wir einfach fühlen, hä? Ist sehr gut. Warte, ich geh rechts. Ich geh rechts, ich geh rechts. Ich muss schon reinkommen. Let's go, Jesse Lane ist so gut. Toll Treffer. Er ist down. Auch down? Ich glaube, alle sind down. Achso, was, 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 was. No way, hä? Let's go! Übelstark. Aber gut, 1-0. Hä? Jetzt kann ich mir das gerade geholt haben. Spy kann nicht sehr geil. Wir haben Lack gehabt, dass sie nicht geswischt haben. Nein, wir haben Lack gehabt, dass sie nicht geswischt haben. Nein, die switchen auch, oder? Die switchen. Egal, egal, egal. Ist okay. Da kann ich nicht. Ja okay, der Blick trotzdem. Ich geh auch rüber. Das switchen, das switchen. Ist gut. Ist okay, feed ihn einfach nicht zu sehr. Feed ihn einfach nicht zu sehr. Ja. Äh. Ja. Ja, das kannst du passen. Ich score. Gold war natürlich ja klar. Nice! Komm, wenn Robards hier gewinnen, wäre richtig gut. Achso, ich muss ja nicht. Ja, wir lassen. Nee. Wir lassen, ja. Ist ja wieder geswischt. Oh, die nerven schon. Ja, als der erste mit Gold natürlich... Oh, aber bei, das war jetzt nicht so stark. Ich glaube, ihr bekommt trotzdem ein Tor. Hab Jesse geholtet. Bei Jackin, der Death ist echt stark eigentlich. Ja, doch nicht. Ja. Ist ein Tor. 100%. Na? Nee, nee, nee. Sei denn, Duke kann irgendwie auf dem Fall stehen. Nice! Junge, Duke. Duke, WTF. Wir führen 1-0. Nicht vergessen. Also, wenn wir es irgendwie halten, wir müssen ein enger cornern jetzt, ne? Was irgendwie möglich ist. Cornern? Ja, ja. Ja, oder? Hätte ich gesagt. Hätte ich gesagt. Ich bin vorne. Ja, corner. Ja, okay. Das ist zu spät. Wobei, jetzt da vorne bist du eigentlich gut. Da vorne kannst du jetzt wieder mehr machen. Oh mein Gott, Junge. Ich lache erst, es läuft. Hä? Ist doch übel gut. Hä? Wie gut war das Game bitte von uns? War Starspieler sogar. Okay, auf geht's. Weil wir gewinnen sind ja Rekordhöhe, Leute. Das wäre geil. Was? Was? Tot, Alter. Gell. Äh, haltet. 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 Nicht reinpusten. Ja. Äh, ja. Klar. Transporten? Ja. Okay. Schöne. Ich bin nur useless. Schöne. Was macht der? Ja, hä? Sind die irgendwie? Ja, okay. Die geben auf. Ja, genau. Das hat… Das ist ein Free-Win, oder? Nein, das ist ein Mega-Toxic. So sind die Leute. Die machen einen schlechten Player, die schießen direkt die Mates an. Das ist ein Toxic-Win. Du hättest ihn echt mal in seiner Prime erleben können. Man hat einen Hitman nicht getroffen, er hat das gar nicht gefühlt. Und er hat trotzdem irgendwie Masse geschafft. Schau mal, die spielen jetzt nicht. Die spielen jetzt nicht. Ja, danke dann. Ja, spielen jetzt mal. Ja, wenn die vielleicht auch keinen Bock mehr haben. Ich weiß jetzt nicht, wie es gedacht ist. Aber es kann natürlich sein, dass sie keinen Bock mehr haben. Kann auch sein. Dass sie sich denken, ja komm, dann geben wir jetzt einen Win. Keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, die haben über Ziel-Losing-Street. Ja, ja, also krass. Ich nehme einen Win mit, auf jeden Fall. Keine Ahnung, warum. Also ich meine, das war schon 1-0. Da muss man jetzt noch nicht aufgeben. Aber gut. Das ist ein Toxic-Win. Das war unnötig. 111, Junge. Ich bin Rekordhöh. Komm, komm, komm. Sehr schön, dass du die beiden Kills gemacht hast. Das war wichtig. Spike-Ult hat auch nicht... Ah, doch, hat mich ein bisschen getroffen. Aber ist okay. Das ist nicht die beste Ult, würde ich sagen. Der wird sich jetzt, denke ich, TP'n, oder? Der teleport, der teleport. Ist okay. Hab ihn. Aber er hat mich auch. Ist okay. Ich muss nochmal down gehen jetzt. Jetzt hab ich ihn. Wichtig. Nice, hab ihn bekommen, hab ihn bekommen. Sehr schön. Der kann sich jetzt TP'n. Dani kommt wieder. Dani kommt wieder. Ja, alles gut. Alles gut. Hab Ulti, hab Ulti. Ich ulti jetzt den Spike weg. Das war ne übel Lost, wo ich dir auf den Tresor werfen sollen. Egal. Oh, ich brauch ganz, ganz strength Hilfe. Dani macht zu viel. Nevermind, ich hab ihn. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Abgesniped. Der ist auch down. Ist gut, ist gut, ist gut. Jetzt haben wir die Führung. Normalerweise. Nani kommt jetzt. Egal. Ich mach hier nochmal ein paar Hits. Hab nochmal Hit auf Nani. Wir lassen dich grad richtig gut Hitten irgendwie. Ich hab Nani jetzt bekommen. Das war echt Lost. Egal. Ja, du machst das super. Huch. Komm. Wir fehlen, wir fehlen. Ja, ich hab Ulti. Ich hab Ulti. Weißt du das? Nein, die Nani. Ja, die Nani hat Ulti. Nani hat Ulti. Nice. Ja, super. Nice. Schön gemacht. Ganz wichtiger Win jetzt, Leute. Ganz, ganz wichtiger Win jetzt. Du willst jetzt TP'n wahrscheinlich gleich. Ich mach mal das Info. Jo, gleich. Hab Spike. Sehr schön. Wichtig. Oh mein Gott. Er ist Solo. Klar, der TP'n. Er macht Ulti. Ja, ich seh's. Ist okay. Wir kriegen jetzt gut Damage raus. Ja, ja. Ist sehr gut. Ist sehr gut. Ist sehr gut. Ist sehr gut. Er hat ganz, er hat ganz doll gejoggt. Er hat gegen die Wand geholtet. Und ich hab ihn noch. Ja, hab ihn. Ja, super. Nice. Die Hunde läuft richtig gut. Und ich liebe Brock einfach. Ich bin mein Lieblings-Brawler. Also nicht mein Lieblings-Brawler, sondern Lieblings-Brawler zum Spielen aktuell. So geil. Was ist denn dein Lieblings-Brawler? Äh, Leon. Nice. Guck mal hier einen Schuss nach links. Jawoll. Richtig Dominant. Ja, gute Kommt, gute Kommt. Jawoll. Er hat Schack halt rausgewandt. Ey, Schack ist so nervt. Brawler, Junge. Okay, ich mach kurz mal aus. Cam. 8-3. Boah. Sehr wichtig. Ist nicht so viel Damage gemacht, aber ist schön eine Runde. Und? 133. Rekord für 7154. Auf geht's. Schauen wir, wie meine Lane ist. Pipe habt ihr in der Lane. Oh Gott. Hm. Wäre natürlich cooler, wenn du die Pipe gehabt hast. Ich hab's schon mal gehittet einmal. Das ist ganz geil. Ja, eigentlich geht die Pipe auch in der Lane. Keine Ahnung. Ja, ja. Ich hab das Pipe auch in der Lane. Ja, ja. Egal. Ich geh mit. Ja, safe, safe. Du bist auf der Konter gegen die. Total. Schön. Schön, wir stehen, hä? Wie launcht die denn? Wahrscheinlich absichtlich. Hab's die sehr schön. Wichtig. Was wir zu zweit kriegen, komm. Ja, war nicht viel. Nice. Schön, richtig, richtig, richtig. Okay, jetzt ist das nach hinten. Emma halt wieder auf meine Lane. Versucht mich hier rauszudrängen. Ach, die da. Ja, ja. Ich helfe dir da. Die ist richtig lost. Ich hab fast jeden Schuss auf sie grad getroffen. Hab's sie. Gar keine Chance gehabt. Ich hab das Hypercharged by the way auch. Schön. Ja, dann ist die Emma aber nicht lost dann und du gut? Maybe? Nee, die war's lost. Sehr schön, sehr schön. Nee, die ist voll reingelaufen auch irgendwie. Ich hab jetzt gute Hits auf sie wieder. Schön, 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 schön. Glaub ich nicht. Nice, ich treff die Emma gerade richtig gut irgendwie. Ich hab gar keine Chance auf meiner Lane hier. Jetzt irgendwie nicht mehr. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben gute Kontrolle jetzt. Schön. Jetzt kommt Lola, das muss ich aufpassen. Also ich dann auf den Account kein Plus 1 habe, leider. Er moll nicht viel. Genau, perfekt. Hab sie fast raus. Hab sie. Ja, die Runde läuft richtig gut. Ich glaub der war auch ein guter Pick für mich. Ich hab vergessen die Fallen zu setzen. Fällt mir grad auf. Na egal, was war raus. Let's go. Schöne Runde. Wir müssen uns gewinnen, Leute. Dann sind wir hier. Komplett krass dabei. Auf geht's. Okay. Hab Halper wieder auf meiner Lane leider. Ist ein bisschen schade. Ich weiss noch lieber ein bisschen zurück. Ja, perfekt. Sehr gut gespielt. Sehr gut gespielt. Genau, sehr schön gemacht. Ja, jetzt kann ich halt auch schön hier die Range nutzen gegen Lola. Das ist perfekt. Ja, schön. Jetzt kann ich hier nochmal einen Hit mitgeben. Schön. Von echt viel aus. Richtig krass grad aus. Tiff. Nice. Oh mein Gott. Das hatten ja gar keine Chance. Die wurden ja richtig outpicked scheinbar. Ja, gut gespielt. Leute. Das läuft richtig gut. Mal schauen, wie die Sätze jetzt hier waren. Und. 5-2 solid. Aber ihr habt auf jeden Fall mehr gecarried. 12-0, 7-2, Junge. 128 plus. 7282. Auf geht's. Let's go. Auf geht's. Wenn wir gewinnen, dann sind wir bei fast 6400 Leute. Das ist komplett krass jetzt. Mal Gadget gegen Bäder. Das war lost. Ne, hab das nicht auf mich. Ne, war lost. Okay, hab Ulti. Ich geh mal ein bisschen zurück und versuch zu jetzt. Fang hat übrigens auch Ulti. Fang sneakt sich so ein bisschen nach vorne hier. Muss ja aufpassen. Sind wir nicht schlicht, schlicht down. Nicht aufpassen. Ich geh rein, oder? Ich geh rein, komm. Ich geh rein, komm. Ich geh jetzt rein. Ich geh rein. Ich geh rein. Ich geh rein. Ah, nicht ganz gereicht. Nein, das will ich machen. Ein bisschen warten sollen. Egal. Fang Ulti auf. Ja, das fängt drin. Ja, Markierung wieder von Bell gefailed. Sehr gut. Ich muss aber mehr rausholen. Meins gegen eins, wenn ich Konter. Ja, jetzt wird's gute hits, gerade. Ja, jetzt wird's gute hits, gerade. Nicht zu krass hier finden, wenn du das. No, Brokkert aufpassen. Ich lass mich zu euch hinten hier finden, Bell. Das ist echt gut. Wenn du irgendwen pullen kannst, wäre er huge. Jo. Jetzt werden's die Kutten kommen. Hab Ulti. Oh, shit. Bell, bell, bell. Ah, shit, Junge. Der wäre viel besser gekommen. Müsst du längst gewinnen. Ja, ja, müssen wir. 10 zu 14. Ja, wir müssen ein Bell kriegen. Ja, schade. Es wäre nochmal gefährlich geworden. Egal, ich muss besser spielen. Ja, ich hab sie ganz gut getroffen. Da sie mich halt auch. Schön, schön, schön. Richtig. Um uns direkt die Ferien rauszunehmen. Nice. Ja, sehr schön gemacht. Richtig. So, jetzt hab ich die Führung, die wir brauchen. Ich hab jetzt direkt Ulti. Ich geh nach hinten, mach Ulti. Muss nur irgendwen hitten, dann rennen wir das. Let's go. Hab mich in safe und fortgebracht. Der Fang hat Ulti. Ich muss einfach nur jemanden hitten jetzt. Der Rock ist low. Ich kann den Rock killen normalerweise. Ja, sehr gut. Ja, wunderschön. Jetzt ist die Runde doch so, wie wir sie brauchen. Perfekt. Da ist Bell. Ich seh sie noch grad nicht. Da ist Fang. Der wird auch gut getroffen jetzt. Ist auch gut. Ich wurde komplett über die Wall hingediffed. Ja, ist okay. Ist okay. Jawoll. Hä? Stark, Mann. Ah, Bell. Let's go. Let's go. Und läuft. Aber ich darf jetzt nicht sterben. Du, genau das. Du hast 5. Team Rollteam. Auf die werden's wahrscheinlich auf mich gehen. Auf den. Ja, ich wollte auf den Rock gehen, aber ich wollte jetzt auch nicht. Ist okay. Ich halte jemals hier ein bisschen weg. Jetzt dürfen wir uns einfach nicht zu sehr reinpushen lassen. Ich versuche mal ein bisschen wieder rauszupushen jetzt. Ja. Schön. Ah. Nice. Gadget gemacht. Ist sogar gut, dass ich es im Gefühl gemacht habe. Ja, ja, ja. Richtig. Bell aufpassen. Markierung nicht getroffen. Ja, schöne Runde. Genau. So hatte ich erst noch ein Runde. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Einfach nicht sterben. Fang-Ulti jetzt natürlich aufpassen. Oh, oh, oh. Pass auf. Ich weiß ja. Oh, ich sterb fast. Achtung. Reflektiert. Sollten wir nicht haben. Ja, ich darf nicht sterben. Nur ich darf nicht sterben. Ihr könnt beide sterben. Genau. Du hast jetzt auch. Nice. Jawoll. Schöne Runde. Jetzt ein ganz, ganz wichtiger Sieg, Leute. Wenn ich jetzt gewinne, sind wir, glaube ich, vielleicht sogar ein Game verletzen. Je nachdem. Jetzt sind wir bei irgendwie 7300. Ja. Kann man nicht mehr droppen. Ist sehr gut. Ja, ja. Schaffen wir. Schaffen wir. Komm. Ah, er bellt mich direkt. Leider einmal getroffen. Ist okay. Wird sie nicht mehr so gut. Ist okay. Hat schon mal ne Falle platziert. Müssen wir so aufpassen. Na, die ist fast down. Die ist One-Shot. Schade, Mann. Schade, Mann. Die wäre absolut One-Shot gerade. Weiß nicht, wo sie hingelaufen ist. Warten wir noch. Warten wir noch. Ja, Jonas. Muss aufpassen. Ich bin fast down. Hat mich aber nicht geholt. Sehr gut. Nice. Oh mein Gott, das gilt. Glück gehabt. Richtig. Habe ihn fast getroffen. Also habe ihn getroffen, aber fast down. Okay, sehr gut. Ich habe jetzt die Ulti wieder. Ich habe jetzt die Ulti wieder. Ich geh jetzt rein. Ich geh auf Brock. Hab ihn. Ich bin aufpassen. Ich bin aufpassen. Der hat Gadget gefällt. Verdammt ist echt so gut von der Bell getroffen. Muss ich wirklich sagen. Nice. Ist gut, ist gut, ist gut. Ja, das schaffen wir. Jetzt haben wir die Kontrolle. 4-1. Die haben ein Blue Star. Ich darf jetzt nicht sterben. Ihr darf... Genau, ihr beide darf nicht sterben. Ich darf nicht sterben. Einen guten Hit auf Bell. Die ist sehr, sehr low jetzt. Die ist sehr, sehr, sehr low. Die Falle getroffen. Die sind alle sehr zurückgetrenkt gerade. Fank muss eigentlich mit Ulti aufpassen. Hab wieder einen guten Hit gelandet. Ich kann jetzt wieder mit Ulti reingehen. Ich geh nochmal mit Ulti rein. Hier schön nach hinten. Das ist gut. Ich geh wieder mit Ulti rein. Ich geh wieder mit Ulti rein. Ich versuch wieder Brock auszunehmen. Genau. Das ist ja low. Nice. So geht's auch. Jawoll. Ja, so ein Carry. Okay, jetzt konzentrieren. 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 Kannst du irgendwie... Fank-Ult. Hab noch eine Reflexion. Jawoll. Geil. Du musst einfach nicht sterben. Ich darf nur nicht sterben. Ich muss mich besser beschützen vielleicht. Ja, ist fine. Dann ist easy. Jawoll. Das war genau wie ich mit Nani spielen musste. Ja, 72 Starspieler. Jawoll. Zwei Games für Legendary. Zwei Games. 7347. Ich geh nach rechts. Ich geh links Jonas. Nein, links. Let's go. So. Vielleicht natürlich ein bisschen schon... Krack den Stahl. Egal. Ist okay. Ist okay. Brock ist da. Hat mich schon mal hittet. Ist okay. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich hab mich schon ein bisschen arg hitten lassen. Ja, egal. Erstmal healen. Erstmal healen. Spannend. So. Und jetzt schön reinschießen. Oh, die machen mehr auf. Das ist eigentlich entspannt für mich. Wenn der aufmacht. Ja, ja. Ich hab einen guten Hit jetzt hier. Ich lass mich hier noch einen ticken zu sehr hitten die ganze Zeit. Nee, das ist okay, wenn der aufmacht. Mal schauen. Ein bisschen besser treffen vielleicht wäre gut. Weil der bisher erst einen kleinen Hit getroffen. Ich bräuchte meine Ulti auch mal langsam. Ah, hab ihn wieder ein bisschen getroffen. Ist okay. Ich muss auch in die Wand schießen. Das kann er nicht. Ja, nee. Ich hab ein gutes Matchup. Das stimmt. Das muss ich eigentlich schaffen. Ich muss halt immer wieder mal hitten. Das wäre wichtig. Ja, bisher treffe ich ihn leider nicht so gut. Also, ich bin mittelfiert je. Hab wieder getroffen. Ist gut. Wer trifft auch gar nicht grad. Jetzt treffe ich ihn wieder. Der ist low. Der ist low. Ist okay. Heal wieder. Ja, schön. Schöne Wand. Schöne Wand. Auf hier ein bisschen rumzuschießen. Ja, schön. Die machen sogar auch. Ja, noch nicht ganz. Schön. Ich hab einen Schuss halbwertig. Okay, 1-0 Knockout. Normalerweise soll es noch nicht die entscheidende Runde sein. Das ist halt auch easy für mich, dass ich so viel Platz habe. Ne. Okay, die haben geswitcht scheinmal. Ich geh mal in der Mitte dann. Brock kommt mit Ulti direkt. Okay, wild. Der will auch direkt schon mal hier ganz schön offensiv gehen. Ähm, welches Gadget hat, Bro? Äh, diese große Rakete. Ja. Okay. Geh wieder rüber. Die switchen wieder. Ich geh auf Brock. Nice, hä? Lost. Der FK oder so? Geh rein, ich geh rein, ich geh rein. Geh außen rum. Ah, shit. Egal. Was du holt. Interessanter Switch. Jetzt leg ich mir mal Gadget an. Haben wir, haben wir, haben wir. Sehr schön. Nice. Jetzt haben wir 1 gegen 3. Jawoll. Wenn wir den mal mit Hypercharge killen. Oh mein Gott. Mit Hypercharge gekillt. Das hab ich noch nie gesehen. Das war wichtig. Das war wichtig. Okay, komm. Wenn wir gewinnen, ich glaub, es wird noch nicht ganz reichen. Aber wenn wir gewinnen, sind wir ganz, ganz knapp vor Legendäa. Auf geht's, Leute. Das ist die vorentscheidende Runde für Legendäa schonmal. Den hab ich hier auf meiner Lane. Ich hab MrPeace auf meiner Lane bekommen. Interessant. Sollen wir switchen? Ja, solltest du auch gewinnen. Ja? Ja, ihr könnt switchen. Ich geh rüber. Okay, jetzt hier Brockloader 1 gegen 1. Ja, die spielen da so aufs Endgame. Die spielen da aufs Endgame und losen seine Spitze. Oh mein Gott. Ganz, ganz slow. Ja, ich seh es. Ich seh es. Ich hab versucht es irgendwie. Aber es ist schwierig. Hab noch mal nicht auf Brock getroffen im Kleinen. Aber ja. Der hat die Big-Rakete ausgewählt. Aufpassen. Ist okay. Der stellt sich irgendwie voll in die Ecke. Kann auch noch was jetzt vorhat. Wieder getroffen. Oh, Achtung. Der Brock irgendwie ganz komisch. Der kommt natürlich gar nicht drauf klar hier auf der Lane. Ich weiß nicht, ob ich gar nicht was er machen soll. Die ganze Zeit. Nice. Muss das Treffen kommen. Nice. Schön. Stark. Nice. Starkes Spiel. Ist Mr. P am besten die Ult nicht. Bist du Ult vielleicht auch? Ja, super. Auf gehts. Ist Brock auf meiner Lane jetzt. Sieht so aus. Sehr, sehr gut. Brock ist auf meiner Lane. Ich geh jetzt direkt hier rein. Ich bin unsichtbar. Ich geh direkt rein mit Dings. Ich geh jetzt mit Ult hier. Ich geh auf Mr. P. Ja, Mr. P weiß nicht. Mr. P ist so schlau. Nee, eigentlich nicht. Ein bisschen lost. Okay, Wand hier rein. Nicht aufpassen, dass ich hier nicht sterbe. Nicht zu offensiv. Ah, weiter glaube ich nicht. Egal. Schön, Doc. Schön, schön, schön. Ja, hab ich gut getarriet. Hab ich gut getarriet die Runde. Das war jetzt nicht so meine Runde. Jawoll. Ich werde schon ein bisschen spät. Egal. Schön. Da hab ich gar nicht viel machen müssen. Let's go. Schau mal uns die Sets an. Hab ich, glaube ich, echt nicht viel gemacht. Ah, 2-0-30. Ja, okay. Okay. Sprout ist gut getarriet hier. Und plus... 91. Nicht ganz so viel. Aber es ist eine Runde. Es ist eine Runde für Legendary 1. Leute, entscheidende Runde für... Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Die... Wie viel Trophäe... Für Legendary. Entscheidende Runde für Legendary. Wir haben sehr lange für gepusht. Auf geht's. Heute geht's echt gut. Ey, Jonas, links. Links, links, links. Okay. Boah, ich bin im Mega-Ball echt nicht so eingespielt. Mal schauen. Ich hab Nani direkt auf meiner Lane. Okay. Ist okay, hab ich nicht so gut getroffen. Let's go. Ich hab ihn. Hä, der war übel einfach. Der ist übel reingelaufen. Nice. Ich hab die gut round low geholt. Ah, die haben mich aber fast auch. Aber der Colt ist fast auch... Ach so, hier ist er dort. Egal. Ich kann Ulti wieder kriegen erstmal. Ich muss jetzt ein bisschen zurückfallen lassen, sonst... Ich will jetzt nicht sterben ohne Tisch. Ja, ich muss erstmal hin. Ich muss erstmal hin. Egal, wir haben sieben Sterne. Das ist ein super guter Start. Ah, stark, stark, stark. Hm, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Oh, ich seh's grad. Schade, egal. Ich muss halt erstmal gegen... Ich muss erstmal meine Ulti irgendwie gegen... Ich kann doch der Perfball nicht so gehorchen. Oh, mein Gott. Boah, das ist wichtig, dass jetzt nicht stirbst. Ein Schuss für... Ah, ich darf jetzt auch nicht sterben. Ich bin fast down jetzt. Hm. Spike kann es halt Ulti machen. Das ist... Ja, da ist die Ulti schon. Ich bin gleich wieder da. Mit der großen Form. Ich brauche noch einen Hit. Ah, sehr gut. Wir beschützen euch. Na, ne. Wie das halt gleich kommt. Na, ne. Aufpassen. Ich bin halt gerade Justus, solange ich die Form nicht habe. Ja. Okay, hab ein bisschen getroffen. Mach, mach, mach. Aber chill jetzt. Ich mach jetzt wieder, ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Jetzt ist es gut. Jetzt kann ich euch wieder helfen. Ja, ich hätte die große Form nicht so schnell verlassen dürfen. Dadurch haben wir den Pressure damit verloren. Nice. Schön zusammen. Okay. L4 ist das so nicht sterben am besten. Nice. Lass uns nicht genau hier zurück. Wobei du da vor allem nicht steh... Jawoll, ey. Ist richtig starker Carry von euch, sag ich ehrlich. Nice. Stark. Ein Sieg für Legendary. Puh. Ey, läuft sehr, sehr gut. Ein Sieg für Legendary, Leute. Ich versuch direkt wieder, so Nani rauszunehmen am besten. Hm. Ratsch, bitte. Okay, ich kann noch rechts gehen, ja. Auf geht's. Wir sind... Ein Game für Legendary, Leute. Ich kann wieder so reinfeuern. Hier, das ist insane. Ich kann schnell in Feuer-Modus... Auch, schade. Schöner Kill, schöner Cash. Schöner Kill, schöner Kill. Lass was richten über das? Oh, oh. Ich bin down. Ja. Mach das auf, bitte. 3 zu 6. Hm... Zum Call... Ah, Let's fangen, Let's fangen. Du musst nach links... Aber er ist hier, genau. Ja, ich muss erstmal, genau... Das ist halt auch mies offen hier. Ja, Nani auch, du... Ich bin natürlich mies, aber ich muss da besser gegenhalten, wenn ich... Du musst einfach nur reinlaufen und bis sie... Bis sie die Schüssel... Ja, genau, genau, genau. Ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Ich kann mich 2-shorten. Jetzt hab ich mein Schild nicht mehr. Das ist lost. Schön! Hä? Der hat Dings nicht gemacht. Ich hab's. Schön gemacht. Schön gemacht. Mach ihm lauter. Stark, 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 stark. Ich war das hier. Ja, das hat mich leider gesehen. Bin fast down. Ist okay. Ich muss healen. Aber ich hab halt noch... Ich hab erst die Hälfte geholfen, leider. Nein, die Holt. Nein, die Holt, Daniel. Ich brauche jetzt echt dringend die Ult wieder. 7 zu 6 heute. 9 zu 7 jetzt wieder. Ich darf nicht sterben hier. Ich darf die Ults doch nicht dumm verlieren. Das ist nicht gut. Schön, Duck. Schön, 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 schön. Oh, Nani is low. Schön, alles gut, alles gut. Äh, das war... Oh, nix, sorry. Vielleicht Ult wieder? Ist ja, weil sie nicht sterben. Ja, wir liegen hinten sogar. Sehe ich grad. 9-9. Irgendwie die Ult wieder kommen. Schaden. Oh, ganz kurz. Oh, der ist fast auch nicht safe. Der wird jetzt nicht kommen. Wir freuen irgendwen. Ja! Ne, bloß da, bloß da, bloß da. Ja, ist schade. Egal, egal. Okay, 1-1. Im entscheidenden Game, Leute. Oh, ist das anstrengend jetzt. Auf geht's. Entscheidendes Game für Legend. Alles oder nichts. Mach die Wand gleich auf, mach die Wand auf, mach die Wand auf. Ja. Ja. Musst du noch ein bisschen dodgen, dann schön rauf einem. Ah, ich hab aber... Ne, ich gut. Schön, 3-2, schön von euch. Start. Ah, ich hab mich nicht so hinten lassen. Nicht jeder erstmal. Ja. Ich hab' es nicht verliegen. Was ist denn? Ich hab' es nicht verliegen. Ja, es wird ja nicht. Ich hab' es nicht verliegen. Aber die führen an sich, 3-2. Nicht so gut getroffen ist, okay, ich kann healen. Schön, 5-2, stark, schön, stark. Aber kann ich halt die Wegform jetzt verlieren. Die Ulti hilft mir jetzt halt durch nichts. Oh Gott, das darf ich gar kein Verstehen. Hallo? Ja, ja, ja. Oh nein. Ist gestorben gerade. Egal, 5-4-5-4. Okay, ich hab... Okay, du bist nicht gestorben, alles gut. Okay, geh links. Trace Connect? No way. Egal, ich halt gegen, ich halt gegen. Hypercharge ist auch von Cold. Ja, ich hab... Liegen für den Flüssig... Bist du... ist zurück? Ja. Okay, komm, komm, komm. Wir haben uns gesquandelt. Komm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja! Ich bin da drin. Ja! Ey. Oh mein Gott. Let's go! Ja, 80.000 Schaden. Ich hab... Ja, ich hab immer einen Schaden gemacht, ordentlich. Ach, krass. Du hast 13 Zweike carried, sehe ich gerade. Das ist okay, Bro. Oh mein Gott. Legendary. Wir sind's. Sag ich jetzt mal. Legendary 1. Legendary Run. Geil, danke. Nach einer Woche Ranked. Das ist sehr geil. Legendary Kampfkarte. Plus 107. Okay, geil. Oh, ich krieg nen legendären Start-Up noch. Ich krieg noch direkt nen legendären Start-Up. Okay. Was... Was bekommen wir? Was denkt ihr? Äh... Okay. Okay, auf geht's. Legendärer Start-Up. 1.000 Münzen. Ja, die werden richtig reingetränkt gerade. Das ist gar nicht geil für die. Stark von euch. Stark von euch. Ja, habt ihr. Aber habt ihr. Nice. Schön gemacht, schön gemacht. Ich muss es eigentlich gar nicht mehr machen. 1-0. Richtig. Die spielen auch irgendwie sehr, sehr wild, oder? Recault. Jetzt Achtung. Ich bin direkt unsichtbar jetzt. Ja, hab ihn. Hab ihn. Hab ihn. Hab ihn. Vielen Dank. Es ging cold fast down. Pass auf. Ja, macht der gut. Macht der gut. Easy war halt auch kein guter Pick, fand ich, für den Modifier. Nice. Ja, er übel stark. Ich bin unsichtbar erstmal. So hittet, aber ist okay. Oh Gott. Da dreht ich mich jetzt. Nice. Hab sie bekommen. Hab die nächste Ulti. Sehr gut jetzt. Jetzt hier. So ein bisschen. Aber auch cold. Ja, jetzt sind eigentlich die ganze Zeit alle down hinten. Ist total einfach jetzt für euch. Muss einfach nur reingehen. Hab auch Rico. Ich chill eigentlich die ganze Zeit vorne und kill die gefühlt. Jetzt hat der mich glaube ich. Ne? Doch. Ja. Ja. Die sind echt nicht gut. Die waren ja völlig lost. Haben wir. Nice. Boah. 10-2. Boah. Ich hab irgendwie die ganze Zeit vorne drin gechillt. Die Runde. Wenn wir jetzt gewinnen. Richtig geil. Das sind wir richtig, richtig hoch, Leute. Ja. Jetzt sind wir schon fast Legendary 2. Ich geh mit Ulti einfach mal rein. Kann ich irgendwie ihn ausschalten. Ja, genau die. Nice. Ey, das war sau souverän. Wir haben ja viel besser gepickt. Wirklich. Yes. Let's go. Ey, du hast übel gut mit Sprout outpickt. Ah, das ist so carry tough. Auf jeden Fall. Ja, gut plus. Ich bin gleich. Ich bin ganz, ganz komisch. Ich bin auch total defensiv. Kann ich eigentlich schon mal mein Dings einsetzen? Mein A hier? Ja, die sind nicht gut. Ne, die sind echt nicht gut. Bistin wieder nur so ganz wenig plus. Tüchtern lost. Ja, egal. Ich will nicht rumrollen. Hauptsache wir kriegen. Ja, egal. Mehr als nicht. Ja, ja. Wir kriegen bestimmt eh gar nicht wenig plus auch. Hä, aber wieso spielen die so schlecht? Ist okay. Jetzt haben wir Hyper-Charge-Ding. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich tank noch für deine Station ein bisschen. Oder sogar? Ja, safe. Gut, jetzt jump ich mal weg. Oh, das war gut, Junge. Okay, der Hyper-Charge von dir ist echt komplett gecarried. Oh, ey. Seid ihr mich noch abgesniped? Ha, sau starke Runde. Ganz, ganz wenig. Ja, das ist 49. Auf geht's. 5 Punkte für Legendary 2. Wo geh ich? Rechte lane? Ja. Wie spiele ich das? Ich spiele sonst nie Tanks. Ich probier's. Ganz, äh, einfach... Oh mein Gott, ich muss... Ja, geh links, geh links. Einfach in die reinlaufen. Und halten so ein bisschen nach hinten. Ja, so, dann machst du das gut. Machst du gut. Ich bin ja gestorben. Das war doch übel scheiße. Äh, ja, doch, aber... Keine Ahnung. Das war gut. Ich hab... Ich hab das Gefühl, das war gut. Okay. Wo ich hab jetzt die Ulti aufgeladen. Fair, ne? Also vielleicht ist das ja... Genau, deswegen. Ja, ich hab's vergessen. Du... Ich mach das auch mal reinlaufen, Ulti aufladen und gewinnen. Soll ich Wände aufmachen? Bei denen eher, ne? Oh Gott, ich hab 10%. Nee, nee, nee. Nicht die Wände aufmachen. Gar nicht? Insgesamt gar nicht? Alles zulassen? Ähm, doch. Bei denen von drauf springen... Versuch so die Polster mitzunommen. Wie heißt das? Die Pfosten? Du kannst schon springen. Du hast doch keinen Jump, oder? Äh, doch keinen Speed. Weiß ich. Weil der Jump ist gut, den aufzureißen, oder war der schlecht? Äh, schlecht. Also, benutzt den Jump einfach am besten, um ihr Gegner zu können. Ja, okay, okay. Und wenn wir halt vorne sind, dann kannst du auch mal aufmachen. Aber nur wenn dann. Wenn dann. Was war ich mit dir bei? Äh, was war ich mit dir bei? Die? Wir können scornen, wir können scornen. Ich sehe es gerade. Mach du. Wunderschön. Puh, ich bin ein bisschen lost in die Runde, sag ich ehrlich. Mit dem Brawler. Egal. Ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Ja, der eine ist irgendwie auf K, deswegen... Ich stamp rein, mach auf. Die werden übel zurückgenockt jetzt. Ich mach mal Wurf. Nice. Kann auch noch nicht ganz. Okay. Ich habe übrigens die nächste Ult wieder. Ich habe Piper charge und Ulti. Ich komme jetzt von hinten. Das ist echt nice. Ja, okay, easy. Okay. Okay, auf geht's. Ich laufe wieder relativ rein. Versuche einfach die Ulti zu fahren. Achso. Ich habe gesehen. Genau. Ich helfe dir ein bisschen. Ja. Ja. Ja, ist okay. Ja, ist okay. Ja, ist okay. Ist ja gut. Ich habe so viel Leben jetzt zu. Die können nichts machen. Ja, das ist richtig geil. Also ich glaube, El Primo war besser. Auf jeden Fall. Als Dings. Ich habe 12k Leben. Safe, safe. Ja, ja, ja. Und vor allem ist es ein Konter auch gegen Sam. Das ist das Geile dabei. Ja. Ja. Ich habe gleich Ulti. Kannst du den Ball machen? Entschuldigung. Ja, ist schwierig. Ich versuche mal rein zu. Ja, genau. Jump, 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 jump. In die Sekunde. Genau. Sehr gut. Ja, das ist richtig gut. Ja, ja, ja. Nice. Let's go. Schön. Und damit. Ein Game für Legendary 2. Das geht nicht, oder? Shit. Mein Fehler. Mein Fehler. Hab ihn. Hab ihn. Hab ihn. Hab ihn. Hab jetzt auch Hypercharge. Nee, der hält sich mit dem Handschuh. Nee, der hält sich mit dem Handschuh. Der hält sich mit dem Handschuh. Ja, jetzt ist es nice. Let's go, though. Let's go. Jawoll. Mach ihn. Nice. GG. Sehr, sehr, sehr geil. 1 zu 6, Junge. Hä? Na, egal. Wir sind ja nicht einmal gestorben. Gut, fairerweise. Waffe ich nicht vergessen. Ich musste gegen Rico und Dings spielen mit sau viel Leben. Ich denke, es war auch trotzdem okay, die Ulls. Aber ja, das ist immer so ein bisschen nett gespielt, sag ich ehrlich. Legendary 2. Sehr, sehr, sehr geil. 91. Ey, das ist wirklich krass. Ranked Stardop noch. Und? 35 blinkt. Sau stark, Jungs. Wirklich saustark. Wir sind Platz. 135 in Deutschland. Okay, das ist wirklich krass. Erstmal theoretisch. Ich mach's jetzt mal noch nicht. Klingt eigentlich eh nicht so viel. Schön. Schön zusammengespielt. Schön zusammengespielt. Stark. Okay, ich hab direkt Ulti. Ich warte noch kurz. Ich mach erstmal Gadget für euch wieder. Sau stark. Sau stark. Ich könnte mich theoretisch unsicher machen, aber ich glaube, es bringt jetzt eh nicht so viel. Kann halt höchstens, ja genau, auf den Rico. Ich kann mich jetzt unsicher machen. Ich geh mal links. TP, Dirk. Let's go. Nice. Hä? Was hast du gemacht? Schön. Mit dem TP. Ja, war mit Absicht. Ja, war mit Absicht. Boah. Geil. Richtig. Komm, wenn wir jetzt gewinnen, sind wir richtig gut dabei schonmal. Weg mit der Gadget. Da haben wir auch wirklich besser gepickt auf jeden Fall. Die M's jetzt hier. Ich muss ein bisschen schauen. Auf der Edgar, Bro. Geil. Oh nein. Da kommt Tiffany. Hast du sicher? Ein AP, ein AP. Also ich geh jetzt über links aus. Ja, hast du eh, hast du eh, oder? Ja. Sehr, sehr schön gemacht. Sehr schön gelöst. Die Ultima hat's ein bisschen wasted, aber... Ist alles gut. Oh, da war ein TP. Nicht gesehen. Mach mal Gadget hier hin. Pass ist sehr gut. Ja, wir haben jetzt auch eine gute Kontrolle. Das ist gut. Jetzt gab aber übel der Random Pick. Keine Ahnung, was das ist. Sehr schön, sehr schön. Oh, du. Ist gestorben. Ist okay. Wir müssen halt schauen, dass es nicht zu... Ja, genau. Schön, hopper. Ganz Losteric Gold, ja. Ich sollte erstmal jetzt irgendwie meine Ulti wieder. Mach wieder Gadgets ins hinten. Die M's jetzt hier vor. Das war schlecht. Da ist die M's. Sehr, sehr schön. Sehr, okay. Ich konzentriere mich nicht auf die M's. Ja, alles gut. Alles gut. Ich mach mal. Ich mach mal. Ah. Ist okay. Ich lebe noch. Ah, der loste Ulti von mir. Loste Ulti von mir. Das war nicht so gut. Hypercharge Edgar. Achtung. Oh, oh, oh. Ist jetzt schwierig. Schön, schön, schön. Bro, wo geht mein Interim? Oh, ja, ja, ja. Ah, ich probier's nicht mal aufzuhalten. Ah, schade. Egal. 1-0 für die. Oh mein Gott, ich hab keiner geowned. Ja, das hat nicht passiert. Ah, ich hab's nur noch probiert, aber das glaub ich das war, ne. Ah, Riff. Schade. Egal. Nice. Gut schon mal getroffen direkt. Sehr stark. Lass nicht grad den... Oh, 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 okay. Keine Ahnung, was der... Oh je. Na ja, die haben sich natürlich das eklige Positionen. Edgar ist noch ein Busch hinten, ne? Ja. Schöner Telebrot. Schlecht von ihm. Haben wir. Stark, 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 stark. Ich bin unsichtbar. Jo. Er hat mich leider protectiert. Schön. Oh, boah. Wo ist Edgar? Da im Busch, da im Busch. Stark, stark, stark. Ja, saustark, saustark. Haben wir zusammen. Nice. Oh. Mann, nicht mit Ulzen. Ja, alles ist gut, alles ist gut passiert. Kommen wir, das schaffen wir. Nice. Kann's passen? Ja. Okay, kann's passen. Ja, ist unsichtbar. Ist okay, ist okay. Oh mein Gott, was? Egal, ist down, ist down, ist down. Lass uns ein bisschen auf Edgar jetzt aufpassen, dass er uns auch irgendwie dumm killed. Er jumped auf mich. Ist okay. Das Hyper, ne? Sehr schön. Ich hab Hypercharge, ja. Oh, oh, die haben uns aber adelt. Die haben uns halt das mies drin gerade. Ich geh mit Hypercharge in Ulti jetzt rein. Ich geh auf den Rico. Ich geh auf den Rico. Ab den Rico. Komm, guck mal, Edgar ist hinten, ey. Keine Ahnung, was nimmer. Ops, hab ich gar nicht. Egal. Achtung, Rico Ulti, Rico Ulti. Man kann nicht den machen. Können wir uns down gehen, können wir uns down gehen. Ziemlich. Kann mich unsichtbar machen. Bin jetzt unsichtbar. Ah, hatte ich fast beide gehabt. Da muss ich aufpassen, Edgar, Edgar. Nice, schön. Nice, Doc, nice. Stark, man. Okay, 1-0, kann man nur noch halten jetzt. Hab noch zwei Gadgets, by the way, hab ich gar nicht gemerkt. Muss ich eigentlich reingehen. Ja, der probiert es auch. Stark, Gold finde ich leider. Nice, stark. Ja, haben wir. Ganz starke Runde. Nice. Ganz wichtiger Win, Leute. 2-1 geschafft, Mann. Boah, 10-3 war doch eine solide Runde. Sehr geil. Nice. Plus 83 nur, schade. Jawohl, das ist nur. Ist halt okay. Okay. Boah, kann schon mal gute Hits auf Frank landen. Der lässt sich auch sehr gut hitten. Der hat mich einfach geultet, random. Digga, das war ja so random. Schön, schöne Reflexion. Boah, stark von euch. Junge, wie random war die Ult einfach. Hast du Damage? Äh, also so. Gated? Jo, jo, jo. Pass, 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 pass. Okay. Frank Ulti wieder. Ich mach mich unsichtbar. Ich geh jetzt auf Grom. Ich bin unsichtbar, geh auf Grom. Der ahnt das, aber es ist okay. Ich kann die jetzt grad Wies wegdrängen. Das ist sehr gut. Ball zu mir, ball zu mich. Bin hier unsichtbar. Saustark. Saustark. Die sind ja so weggelaufen, hä? Äh. Okay, sehr gut. 1-0 direkt. Äh. Dieser Typ hat Ult genommen. Ich geh wieder auf Frank. Ist okay. Saustark. Saustark. Oh, Tara Ult. Achtung. Stark überlebt. Achso, die sehen mich ja. Die haben ja dieses Gadget. Ich check's jetzt erst. Lost. Da ist Frank. Ich hab wieder dieses Grom Gadget not down. Da ist doch ne. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nice. Nice. Ich hab wieder Ulti. Ich geh jetzt rein. Ah. Hab sie. Sehr stark gespielt. Yes. Ich würd die ein bisschen besser spielen, wär sogar relativ knapp. Ja, die spielen irgendwie ein bisschen... Also, keine Ahnung. Das Ding ist halt eher vor allem äh... Also, der Frank-Link ist halt sehr random, ne? Nur dieses Gadget... Also Grom kann gar nicht mal so dummer mit dem Gadget, ne? Muss ich ehrlich sagen. mal sehe mich jetzt halt. Oh Gott, glaube ich, ich hätte dafür bekommen. Also auf Ernst, Grom ist echt eklig. Mit dieser Sicht die ganze Zeit jetzt, ich kann nicht nicht zur Seite ausweichen. Ich will kurz Tara und so kommen, ne? Ich weiß nicht. Oh, 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 passt auf, hier ist ein Score noch. Ist okay, schlechte Ulti von hier, aber hat aufgemacht, ist okay. Wo ist Frank? Frank wird irgendwo kommen, Achtung, Frank wird irgendwo kommen ist. Ich habe noch dieses Gadget, dieses eklische. Da ist er, okay. Ich komme zu euch und komme jetzt an Frank. Frank hat Ulti. Ja, ich sehe es. Das ist gut. Du musst mir ihn anschießen, genau? Ja, okay. Tara ist ein Busch, Tara ist ein Busch, ja, ich wollte es gerade sagen, da ist sie. Oh Gott, warum passe ich denn? Nein. WTF? Das ist schlecht bei mir. Passiert, passiert, passiert. Nein, nein, nein. Das ist, das, oh mein Gott. Weiß nicht, wie schlecht das war. Ich bin unsichtbar, ich gehe jetzt rein, ich suche auf Grom zu gehen. Ich weiß nicht, ob ich die wissen, dass ich Ult habe. Ist okay, ich bin noch im Leben. Jetzt haben wir keine Chance mehr, normalerweise. Ah, nicht gut, ohne. Shit, ich habe fast beide gehabt. Oh, lol. Aufpassen jetzt. Frank außen jetzt, ganz eklig. Die Reihe mit Hypercharge. Ich habe es knapp überlebt, bin es außen. Ich habe es knapp überlebt, bin es außen. Schade, egal. Oh, das war es, oder? Oh, das war es, oder? Oh, mein Gott. Ja, absolut schlecht. Mir spielt 100. Schade. Ja, egal, egal, egal. Schaffen wir. Die haben jetzt halt so mäßig auf uns die ganze Zeit, das bockt halt gar nicht, ne? Fakt. Komm, trifft zu go. Ja, mich hat er auch getroffen. Jetzt über außen. Das war lost von ihm, oder? Jetzt über. Okay. Ich bin jetzt unsichtbar, ich komme. Ja, okay. Hab ihn. Ähm, ja, Frank. Jetzt können wir uns ein bisschen offensiver ausstellen. Frank kommt jetzt hier rein. Ist jetzt hier, seht ihr, ne? Ist okay, ist jetzt schon ordentlich. Hat Ulti, Achtung, hat Ulti. Kann mich wieder unsichtbar machen. Ich mache mich jetzt unsichtbar und gehe auf den... Ist okay, ist okay. Ist Tara. Ja, genau, hier oben. Ich kann jetzt gut Druck auf die machen, ist sehr gut. Sau stark, sau stark. Komm jetzt ran, ich komme jetzt ran. Nice. Nice, ist nice. Ich passe, ich passe, ich passe. Ich passe so bis darüber. Nice. Müssen wir haben, ich habe auch Hypercharge jetzt. Ist sehr gut. Okay, ist sehr, sehr gut. Ich habe Hypercharge. Soll ich direkt reingehen oder nicht, oder? Ich warte ein bisschen. Oh, ja, kann es machen. Direkt rein? Okay. Kann es machen. Dann aber auf, auf, genau. Ich komme von oben. Wir werden uns beide wegholt. Ich fasse es nicht. Ist okay. Pass, pass, pass. Ich habe wohl. Ich habe fast alles Ding geschossen, ist eins. Ich habe nicht gesehen, dass es einem noch zu war. Das ist noch gewesen. Oh, sau stark. Neun, ja, was war denn die Sets? Sau stark. Neun, fünf, sechs, drei. Ja, so die. 66. Es könnte mit ein bisschen Glück die entscheidende Runde sein. Ich gehe rechts? Ja. Wir gehen rechts. Wenn es gut läuft, dann gehe ich mit Dirk noch links, aber du bleibst Hauptsache rechts. Ja. Passt auf den Eck auf, ne? Vielleicht kann er auf dich direkt. Ja, ja, ja. Okay. Entscheidende Runde für Legendary 3 eventuell, Leute. Auf geht's. Auf geht's. Nice. Sehr schön. Sehr schön direkt rausgenommen. Stark von dir. Heal kurz. Sau stark. Sau stark. Ah, ist aber nicht so gut. Achtung. Versucht, um Hits zu geben. Ah, gerade gehealt. Schade, schade, schade. Ist egal. Ich habe gleich wieder Ulti. Ach komm, der stirbt die ganze Zeit nicht mit einem HP. Ist okay, ist okay. Kannst eigentlich rausnehmen. Dass ein Ulti reinträgt, genau. Ist nicht? Oh, schade. Oh Gott. Oh, wip. Ja, aber es passiert mal. Hm, jetzt wird er natürlich hier und gleich wieder jumpen bestimmt. Alles gut. Ist okay, ist okay, ist okay. Wir haben auch viel mehr Prozente als die, sehe ich gerade. Ob der jetzt wieder jumpt gleich? Der doch hypert, Schloss. Der ist hinten, der ist hinten. Nee, er hat hyper. Komm. Sau stark, sau stark, sau stark. Ich komme rüber und helfe Turpets. Stark. Oh, ich bin Turpets wahrscheinlich. Hat mir schlechte Old Lider geworfen. Okay, ich verteile jetzt erstmal die Zone hier. Okay, perfekt. Finde ich gut. Egal. Ja, sieht gut aus. Die gehen jetzt alle nach links, bitte. Ja, ich komme dazu. Ja, sau stark haben wir eigentlich gut gehalten, trotzdem insgesamt. Ich gehe jetzt zu Edgar, ne? Und der Griff ist bei euch, ne? Ja, alles gut, alles gut. Alles gut, wir haben es eigentlich schon. Edgar ist bei... Weg, ne? Oh, oh. So. Ich gehe mal hypercharge, ist ja lost. Na egal, sind zwei Prozent, ist ja lost, der hypercharge jetzt. Ja, der Jump. Ah, nein. Wir gehen mal wieder nach rechts, bitte. Ich nach rechts? Ja. Ja, ich schütze die Zone ein bisschen. Da ist Edgar drin oder so? Ja, ich weiß. Oh, oh. Scheiße. Ich kann jetzt mit Ulti reingehen. Das ist sehr gut für uns. Ich gehe mit Ulti rein. Drei. Hör das, ist zick. Komm, komm, komm. Treff voll. Hab sie beide slot? Ich bin in deren Zone und Edgar ist vor euch in der Zone. Nein, er ist hier gefällig. Edgar ist bei mir. Nice. Schön, da haben wir direkt ein schönes Gadget setzen. Auf Edgar schön aufpassen, natürlich. Er wird jetzt wahrscheinlich wieder gejumpt kommen. Ja, das ist schon direkt. Nice, direkt rausgenommen. Schön. Ah, schade. Soll ich hier warten? Oder soll ich helfen? Ja, ja, warten. Gerade dann. Ich kann hier so ein bisschen versuchen, die Zone. Okay. Edgar kommt wieder. Ist okay, ist okay. Der kommt jetzt. Niiiice. Schön. Sau stark. Sau stark. Sau stark. Ich halte die Zone weiterhin. Ich sehe auch immer, wenn der kommt. Das ist super. Der kommt zu euch. Griff ist auf der anderen Zone. Ah, ja. Sorry, der ist direkt in mir drin gewesen. Habe ich jetzt nicht gecheckt, dass er direkt bei mir war. Ich gehe rein mit Ulti. Ja, aber jetzt nicht die beste Ulti. Ist egal. Passt. Schade. Egal. Ist okay. Ab ihn. Ich halte die Zone einfach weiterhin. Ist okay. Okay, Dings ist ganz low, ne? Zone ist eingenommen. Ich halte jetzt trotzdem weiterhin die Position, oder? Ja. Ja. Okay. Ach, wow. Ich muss noch echt ein bisschen aufpassen gerade. Das hat mich leider. Oh, jetzt sieht es nicht gut aus. Das war nicht so gut von mir. Yep. Lass alle links gehen. Komm, lass alle links gehen. Nein, nein, nein. Auf keinen Fall. Okay, dann gehe ich. Dann gehe ich jetzt zumindest mal kurz links. Hab Ulti. Hab ihn gut abisch. Ich hab ihn gut abisch. Ich hab ihn gut abisch. Ich hab ihn gut abisch. Ah, ne, griffst die ganze Zeit. Er kann mich so tappen. Huge. Nice, nice. Oh, nein, der hat kam. Wo die Runde. Okay, gehe jetzt einfach. Ich hab fast Hypercharge. Komm, können wir einfach hingehen. Ab Hypercharge. Gut. So. Geil. Okay, bitte reicht das. Das war jetzt nicht meine stärkste Runde. Man kann sich immer schlechter in den Sätzen. Oh, ja, das reicht auf jeden Fall. 3-7, naja. Und. Legendary 3. Ey, nach 52 Minuten. Das ist super stark. Okay, Rank Startup. Oh mein Gott, ich kriege ein Skin. Ich kriege einfach Cobra Lola. Wie geil. Ey, wie geil einfach. Mit den Pinnen. Nice. Ist das ein schöner Kill. Nice. Haben wir, haben wir. Wir führen nicht meinen Kill jetzt gerade. Ja, ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe. So scheiße. Das kippt's nicht. Let's go. Überall diesen einen Schuss getroffen, man. Der war wichtig. Der war so dominiert. Ich habe 5. Wurde dann immer. Gott. Ich sehe es gerade. Doug war der Carry die Runde. Doug. Ja, ich bin auch schon nicht gut gespielt. Ich habe auch nicht gut gespielt. Doug war es. 77 wichtig. Ich bin auch gerade. Ich bin ein Triple Marston. Oh lol. Okay, okay. Auf geht's. Ich gehe rechts? Okay, auf geht's. Ja. Junge, einfach der Mortis. Ich bin wirklich lieb. Ich habe Mandy auf meiner Lange. Okay. Gut. Vieles Schlaf. Ah, ich triffe mich schon mal sehr gut. Ja, Mandy halt nerven. Muss ich spielen? Einfach so ein bisschen Druck machen, schätze ich mal? Ja, genau. Du kannst direkt WP'n, wenn es nur... Oh lol, die haben gerade übel kassiert für den Schüssen. Stimmt, nicht zu. Wir führen nicht zu. Ach so, okay. Die haben schon echt gut kassiert hier. Die haben ja gar keinen Bock auf dich, glaube ich, ne? Die gehen instant in den Swann, na. Die haben ja gar keinen Bock, ey. Nicht vergessen, Mandy hat auch Ult. Sehr schön. Sehr schön. Mandy ult ist, Achtung. Da ist die Ult. Daneben, sehr gut. Kriegen wir, kriegen wir. Kriegen wir auf dich dann. Hab ich. Sehr gut. Gut. Sprout kommt, ich heal. Ja, ich heal ist halt auch massiv viel. Kann ich Sprout hier auch gut titten? Ja, wir haben die Outpick damit komplett. Ich hab gar nicht gecheckt, dass da eine Wand noch ist. Dinger, wo häng ich an dieser Wand? Nice. Ganz richtig. Sau gut gepickt. Wenn wir jetzt gewinnen, sind wir schon sehr gut dabei. Wir sind bei 8000 Siebenpunkten, Leute. Okay, die hat jetzt natürlich genau meine Lane genommen wieder. Geil. Junge, Mandy bockt halt nicht so als Matchup. Ja, okay, okay. Das heißt, da ist es inzwischen. Ich brauche Hilfe. Okay, nice. So ein bisschen Arka versuchten hier. Oh nein. Ich bin fast down. Nice. Man muss sich ja so aushelfen, ey. Aber ich... Abfunktioniert noch. Ich bräuchte es halt irgendwie. Oh, richtig. Oh, egal von viel. Wir führen, wir führen, wir führen. Sprout ist da noch im Busch. Sprout Hyperchurch auch aufpassen. Aufpassen, Junge. Nice. Ich bin jetzt halt... Nur wenn du stirbst, so... Wir... Perfekt. Ist halt so schwer ohne Ulti. Wir führen, wir führen, wir führen. Stark, 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 stark. So gut. Hab sie, hab sie, hab sie, hab sie. Sehr wichtig. Nice. Jetzt ist eh over. Okay, jetzt können wir den E-Sick. Nice. Jawoll, ey, das war der Gamer. Oh, einfach mit Mortal. Aber stark gespielt, doch. Ich gehe da 3-2 aus der Runde. Ich war ja gar nicht so schlecht. Das ist schlecht da angefühlt. Ja, das hat niemand gesagt. Ne, ich hab's gesagt. Ist ja okay. 93 plus, ey, das ist so stark jetzt. 8800. Die letzten 3 Routen für Meister, wenn es gut läuft, Leute. Auf geht's. Tolle Konzentration. Direkt hier Pearl. Interessant. Jingle. Okay, ich kann den irgendwie nicht durch. Mein B ist zu dick. Gadget. Na, da bin ich... Ich hätte nicht so einlaufen dürfen. Ich mag Charlie nicht so. Schön. Ich habe noch drei Gadget, das ist die übrige. Das ist gut. Ich meine, ich hätte durch, das ist auf eine Aufnahme. Das ist krass. Toll. Das ist echt wild. Auf wen soll ich am besten gehen? Ich habe noch ein paar. Den dicken, hier ist er. Cool. Nice, schönes Ding. Schönes Ding. Sehr gut. 1-0 Braba, Leute. Wenn wir jetzt gewinnen, ist es richtig gut aus. Wir sind schon bei 8800. Ich mache schon mal Spiele. Ich habe nicht genug. Ist okay. Gut. Die trifft mich, die geht auf mich. Oh, scheiße. Ah, schlechte Ult von mir. Oh, oh. Du musst echt auffassen. Nicht realisiert, alles gut. Ne. Das war mein Best. Schön. Wenn lang ist, down. Bin down, bin down. Am Brandsch haben. Ne, bin nicht down. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist ein Schade. Ich habe Hypercharge. Ähm, her ist low. Ja, ich glaube. Hast du einen Hypercharge aktivieren? Haben wir, haben wir, haben wir. Ja, der Pass. Ja, okay. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Pass auf, dass du jetzt nicht sterbst. Das ist ganz wichtig jetzt. Ne, ja, alles gut, alles gut. Stark. Direkt jetzt hier rein. Direkt, direkt die Spinnen, würde ich diesmal sagen. Komm, dass die direkt ein bisschen mehr reinträgen als vorhin schon mal. Ich gehe direkt ein bisschen aggressiver als vorhin. Ja, ich bin stark. Ja, ich bin stark. War stark? Wieso? Naja, hast du ihn gekillt. Ja, aber er mich auch. Ja, ist halt ein super schwer. Okay. Er fällt und du hast gleich ult und seine ult ist relativ useless. Stimmt, stimmt, stimmt. Okay, dann war das gut von mir. Hab ulti, hab ulti. Ja, schade. Man, ich hab so die Lange, ich muss gar irgendwas machen. WLAN aufsuchen. Hab ult. Kannst du ult auf, kannst du nach vorne kommen? Ja, ich komm nach vorne, ich komm nach vorne. Ist Manny noch im Leben? Ne, 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 Manny ist auch. Okay, das war gut. Bauer auch gelästert. Kannst du auch nichts passen? Ne, ne. Sau stark, sau stark. Ah! Passt du, passt du. Nice, ich hab noch die ult, hab noch die ult. Das war sehr gut jetzt. Sehr, sehr, sehr gut, Leute. Wie sieht's mit Hyper ult? Auch schon fast. Dass halt irgendwie die noch Dingsen würde, wäre perfekt. Der trifft den Gadget auch noch daneben jetzt. Ah, wir ein bisschen lostiger. Aber wenn du ult so auf lange range, also ist mir jetzt oft gesehen, dann gehen wir ein bisschen closer. Oh, nice. Ja, ja, das reicht, das reicht. Hab Hypercharge. Oh, nice. Wegen Wurken. Oh, okay. Oh, Junge. Oh, Junge. Wir haben 1-0 Führung, komm. Einfach nur halten. Manny war sehr low. Sind irgendwo Min? Ne, ne, alle weg. Gut. Sau stark, saustark, saustark. Nice. Oh, Junge, Junge. Ist low, oder? Oh, die Runde, Alter. Ja, schön. Ist noch eine. Ein Hit ist hier treppen. Jetzt hab ich einen Hit. Ah, Hypercharge, wichtig. Sehr gut. Nice. Oh, das war so wichtig, Junge. Ja, stark. Oh, das war ohne Witz nochmal. Nice, Junge, Junge, Junge. Puh. Geil, mit Hypercharge getroffen nochmal. Ah, ich hab Charlie gar nicht gefühlt. Ja, stark, mei. 5, 4. Ah, gut, ihr 7, 1, 8, 3. Was soll man dazu sagen? Ich hab plus 9 bekommen. Ah, okay, ich hab bestimmt nicht viele. 27, egal, egal. Hier hab ich nur 2. What the fuck. Hab Baugh bekommen. Der war irgendwie gestört, der war sehr ulti einfach offen. Nice. Na, du hast Nani bekommen, ne? Ja, ich bin selber beaufstimmt. Junge. Er kriegt die Müdigkeit. Ey, du musst mal gegen Charlie. Ich hab keine Chance gemacht. Ja, ich hab... Dings hat keine Chance. Gegen mich dafür gerade. Das ist schon... Ja. Das ulti ist. Lass mich halt jetzt schütteln. Egal, jetzt ist Map eh offen. Aber geht trotzdem ein bisschen links. Wo Minen? Geh, geh rechts. Geh links. 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 Let's go. Ja, spinnen. Shit. Unlucky. Amin, äh, ein bisschen weiter vorne, Mann. Okay, der Ordnung, ich kassier, hätte ich den Fass gehabt, schade, Mann. Die laufen fast in den Amin. Ja, aber... Ich glaub, sie wissen das. Oh, oh, maybe, maybe? Okay. LOL! Scheiße. Ja, er hat das, er hat das, er hat das, das ist... Ich weiß nicht. Oh mein Gott, ah, nee, nee, hat er nicht, schade. Ja, ja, Hyper-Charge-Waste, genauso gut. Ah, genauso gut ist es nicht. Schade, schade. Ein bisschen mehr in die Richtung von ihm, oder was? Ein bisschen mehr nicht von der Ult vom Dings getroffen werden. Ich bin der John, also ich. Okay. Okay, Spike-Wastet irgendwie Hyper-Charge? Hab ihn. Juuuut, stark stark. Ja, ich bin der Best. Let's go. Wie er sich gefreut hat, Mann. Geil. Nice. Der Jonas-Carry. Danke, danke. Ah, scheiße, scheiße. Ja, wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Tschüss, tschüss, tschüss. Nicht hinter diesem Ding stehen, sonst kann er dich killen. Also mit diesen zwei Dingen. Egal, egal. Okay. Dann farm du jetzt vor allem deine Ulti hätte jetzt sowieso sein, ne? Ich hab, ich hab ganz kurz. Komm. Ja, dann farm du erstmal. Ich mach einfach. Lass mich einfach, ja. Farm du weiter Hyper-Charge? Oder soll ich... Okay. Sehr gut, das ist sehr gut. Ist okay. Nice. Aber gegen Spike bin ich doch schon viel besser. Ja, ja, stark. Dass ihre ganzen Gadgets und alles raus sind, das ist so gut für uns. Jawoll. Oh, bitte krieg ich jetzt viel Plus. Das ist mir so wichtig. 5-3. Doch, doch. 98. Jetzt sind 8.877. Let's go. Die letzten zwei Roten, Leute, für... Meister. Auf geht's. Der trägt mich schon mal ganz schön zurück hier, ehrlich gesagt. Aber es geht noch. Haben wir vielleicht nicht von Pipe-Habisch? Na, es ist auch okay. Der trägt auch noch ein bisschen Brandschaden hier ab. Ah, oh, Rapper ist auch angegangen. Ist nicht so gut. Naja, jetzt ist es halt schwierig für mich. Was soll ich jetzt machen? Haben wir, haben wir. Nice, schön, schön, schön. Komm, komm nach oben, komm nach oben. 2 gegen 3, Mann. Stark. Irgendwie Brandschaden wieder auf ihn bekommen. Ah, wieder irgendwas? Wieder irgendwas? Ich hier mal reinkommen. Ah, schade. Ich bin so viel. Ich brauche mein Schild. Ich muss gratifieren. Ja. Nicht zu aggressiv. Ja, das war so aggressiv, oder? Hast du Dings raus? Oh mein Gott. Du hast ihn. Du hast ihn. Das war so stark von dir, Mann. Geil. Das war schon sehr aggressiv. Wir waren halt auch beide Lowdown. Geil. Stark von dir. Stark von dir. Stark von dir. Okay. Mich hätten lassen, das ist ja nicht so gut. Stark. Sau stark. Sau stark. Sau stark. Ne, die ist rauber nochmal. Ja. Nice. Oh mein Gott. 1 zu 0 im Best of 3. Das ist so gut jetzt. Raum drücken jetzt, Leute. Das wäre die Vorentscheidung für Master. 6 Stunden heute wieder live. Auf geht's. Let's go. Jetzt geht's, Leute. Jetzt geht's. Boah, der ist fast down, sehe ich gerade. Der ist direkt fast down. Na ja, der dodge mich leider gut. Nicht aufpassen. Muss ich echt aufpassen. What? Die trifft da. Das ist nicht gut. Es lässt mich gerade mies zurückdrängen leider. Oh, nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Ja, okay. Ja, ist okay. 1. Ich wollte quasi gedifft von der Pappen. Vielleicht trifft er was? Ja. Trifft, er trifft. Schade. Komm, nur da auf geht's. Ah, shit. Nice. Ja. Ja, okay. Kompletter Carry BTF. Das war krank. Ja, noch haben wir nicht gewonnen. 1, äh. 1 zu 1. 1 zu 1. Jetzt gilt's. Jetzt gilt's. In Best of 3 jetzt hier auch. Entscheidende Runde. Müssen wir's schaffen. Komm. Haben wir halt auf beide irgendwie? Nice. Saugeil. Sau, sau stark. Ich lass Larry in Lowry hier richtig schön einengen. Er kann nix machen, er kommt hier nicht raus. Habt ihr den Larry? Ja. Sau stark. Haben wir. Jetzt können wir einfach healen und... Nice. Das haben wir. Und die Ulteste immer mit extra Raketen. Also es ist ganz entspannt jetzt. Let's go. Das ist geil. Sau starke Runde von euch. Ich weiß schon, wie die Stats waren. Ah, sau stark von euch. 7-1. Ah, das war wirklich sehr stark gespielt. Ah, es sind wahrscheinlich zwei Runden. Leute, auf geht's. In vielleicht die entscheidende Runde für Meister. Auf geht's. Wir haben so lange für gepusht. Okay, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Rechts, links? Äh. Mitte, Mitte. Okay. Direkt hier hin. Oje, oje. Die hätten ja richtig rein direkt. Boah. 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 Ich muss aufpassen. Ich bin auch super langsam natürlich. Ja. Okay, erstmal. Okay, sehr gut. Control erstmal wieder zurück. Boah. Ich werd... Boah. Boah, Junge. Das ist auch brutal jetzt hier. Oh, es geht, es geht, es geht. Schön. Boah, Junge. Schon lebe ich, ja. Ich weiß auch nicht, wie du le... Hä? Wie kannst du denn noch leben? Boah, es war ein Schuss. 300 HP. Ich wär übrigens auch fast gestorben. Brock ulti? Ähm, Mandy ult. Sie trifft beide. Ist okay, ist okay, ist okay. Ist auch nicht okay. Hold dir ult. Hold dir ult. Hold dir ult. Hold dir ult. Ist okay. Ich muss kurz ziehen. Oh. Nein, ich dachte, wir werden alle leben. Scheiße. Das war so schlecht. Ich dachte, er wird noch leben. Echt? Oh, nein. Das ist ein scheinende Game für Meister einfach. Ja, nicht aufgefasst. Ist aber wahr. Ja, alles gut, alles gut. Äh, ich nehm mal Jumper. Digga, ich kann nix machen, ich werd so gehittet. Leon unsichtbar, Leon unsichtbar. Nice, gut passiert, sehr gut. Ich weiß nicht, wo er ist. Mal zu euch. War grad bei mir. Nice, ist gut, ist gut, ist gut. Sehr, sehr gut, sehr, sehr, sehr gut. Mandy, Mandy hat er beholt. Ist noch auch Leon übrig, ne? Ja, er hat Hyper vielleicht. Ja, hast dich sogar. Ja, hast dich sogar. Du halt nochmal ult, also wenn er nochmal ult haben könnte, wär halt geil. Soll ich ihn killen? Ja, ja, klar. Ach so. Ich hab keinen Hyped Farms. Okay, 1-1, Leute. Vielleicht ist es ein scheinende Game. Wo soll ich das Sechen hinschillen? Hier. Da? Ist eigentlich gut, oder? Ja, Brock kann ich, glaub ich, treffen von dort. Äh, das indestructible ulti kann ich da durchschießen. Nice, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Leon hat sogar ult grad für... Ja, du weißt schon. Ja. Hm, das ist ein bisschen besser gut von der Maisie hinten. Andy. Andy. Oh, gute ult von dir, egal. Passt. Sau gut. Wir führen. Sehr stark. Nice. Let's go. Okay, 1-1 im Best-of-3. Wenn wir Glück haben, ist das das entscheidende Game für Meister. Sau, okay, das ist krank. Ja. Schön. Okay, wir haben ja am besten keine Ult-Feeden, ne? Perfekt. C-Ult ist gut. Nice. Okay. Auf geht's. Wart ganz kurz, wart ganz kurz bevor du da... Geh mal ein bisschen nach rechts. Mhm. Okay, passt. Oh, ja, wie du das gesagt hast. Ja, 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 du hast gecalled, du hast gecalled, gut. Stark. Ja. Wie? Wie? Das ist krank. Wir haben 10k AP, die können nichts machen. Das ist so krank. Das finde ich mal. Nein, wir spinnen uns doch nicht. Nein, 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 nein. Für den Master kann man nicht was winnen. Ich weiß nicht, wer weiß der Sinn. Okay, okay, ich lese jetzt. Da sind wir nicht. 9,30. Weil wir Pech haben, brauchen wir noch ein Game. Wahrscheinlich die entscheidende Runde für Meistern. Jetzt aber wirklich. 39 Punkte muss sein. Okay, ich geh außen. Ist Larry Lowey so geil hier? Ja. Ja, ja. Okay. Auf geht's. Auf geht's, Leute. Wir haben 100% Comp, also das können wir nicht losen. Okay. Nice, das ist schon mal gut hitten. Perfekt. Du musst halt immer so ein bisschen bei Außenrand sneaken an die. Okay. Ja, wir sind halt tot. Oh, okay, okay. Super. Go, go, go. Er ist gone. Rock Ulti. Ist okay, bin gestorben. Oh, Pfosten. Oh, Junge, das Game. Er wird gewinnen. Ja, wird gewinnen. Ich glaub dann. Okay. Let's go. Cole kann natürlich jetzt auch... Ah, ich wusste, dass er das spielt. Warte. Klar spielt er das Geld. Ich bin nicht lost. Ah, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Wirklich nicht gut. Egal, egal, egal. 0-1, es war nicht gut gespielt von mir. Ich geh links, ich geh links. Alles gut. 0-1 einfach. Das gibt's nicht. Jetzt hier einer war ein Telefon. Go, go, go. Was rüber? Nice. Ist egal, ist egal. Okay, 1-1. Auf geht's. Ich geh rechts, deswegen... Ich hab sonst keine Wände mehr. Ich muss rechts. Okay, auf geht's. Oh mein Gott. Ah, die Volt. Nein, nein. Er läuft einfach durch. Was war denn da? Er ist durchgelaufen und einfach Old gemacht. Nicht gesehen. Egal. Oh nee, Junge, jetzt nicht 0-1, Mann. Nein, 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 nein. Das gewinnen wir. Komm. Einmal mal Kursarschein. Jetzt ist es drin. 0-1 sollte entscheidendes Match für Meister wahrscheinlich. Auf geht's. Müssen wir holen. Okay, da ist der Brock jetzt wahrscheinlich drin. Ist der da? Äh, Brock übel lost. Hab ihn. Sehr gut, sehr knapp aber. Ich muss jetzt mal ein bisschen zurück. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich komm jetzt. Ach, schade. Bitte, Bro. Zu da. Ja, keine Chance. Hat eigentlich auch ein paar zwei Kills gemacht. Die Out... Da ist halt niemand so bei dir. Du musst mehr auf die Gegner achten. Okay. Nein, 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 nein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, ja. GG. Es ist vorbei. Das kann und... Die machen zweimal das gleiche. Es ist fucking over. Sorry. Wie muss ich spielen? Wo muss ich hingehen? Der Offensiv spielen wir zu dritt rechts. Bis du Ult hast und dann pushen wir ein bisschen. Na gut. Musst du euch erstmal kriegen. Ich probier's. Und die Gegner warten gerade auf Buster Ult. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß, genau. Wie ist One-Shot, Chris? Ja, ich... Spike's heute, ja. Der Spike spielt keinen Curveball, der spielt... Wir können den Buster holen, Jonas. Ja, safe. Schön, 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 schön. Hey gut. Jetzt geht wieder hinter. Ich mach bei uns weiter auf. Ja, stark, stark, stark. Wenn du 8-bit turret hast, hebst du für die nächste Runde auf. Ja. Ja, danke. Habe ich. Ja, saustark, saustark. Ja, es ist sehr gut gespielt von euch. Okay. Wo stehst du das Torrit hin? Am besten einmal hinschießen. Du weißt es. Ich denke mal hinter die Steinwand. Ich denke hier genau. Ja, ich auch gesagt. Okay, nice. Ja, es ist ein sehr guter Verteil für uns. Jetzt wird's krass schwierig für die. Ja, jetzt müssen wir ja einfach still drin stehen. Die werden einmal mit Buster Schild vorpushen, das ist ja eine einzige Chance. Ja. Ich werde da bisschen aufmachen. Okay. Sehr gut. Buster auch getroffen, stark. Irgendwie defensiv. Jetzt. Ich kann ihn hitten von der Seite. Easy. Ich hab alles getroffen, die sind low. Ja, B, Big Hit, Achtung. Ausstatt. Okay. Okay. Wie wieder Big Hit. Nice. Sau stark, sau stark. B ist low. Okay. Was sollen wir kriegen? Der Heal sehr viel, den können wir nicht bekommen. Sehr, 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 sehr. Oh fuck. Jetzt sind die natürlich auch brutal für Leben beide. Ich hab B getappt. Du kannst ne neue Ult machen, Jonas. Ja, ich wollte ihn mir aufheben für die nächste Runde schon. Habe ich ein bisschen Lust. Habe ich besser. Habe ich besser. Ich dachte, wir hätten die, also wir würden in die Bibo kommen. Ich hätte da nicht reingehen sollen. Okay. Ja, alles gut. Schatten wir. 1-1. Jetzt entscheidend. Nur in der ersten Runde, Leute. Gebt am besten dem Spike keine Ult. Okay. Der ist mit kein Curveball. Ah, ich habe schon wieder Backhit. Spike hat Ult und Hypercharge. Ich mach bei denen weiter auf. Hab alles gehittert. Der lässt sich gut hitten gerade. Jawoll. Wichtig, wichtig, wichtig. Der kommt noch weg. Spike hat immer noch Ult und Hypercharge. Ja, ja, ja. Ich nenne jetzt irgendwie nach hinten vielleicht. So low machen. Hit? Okay. Schön, schön, schön neu. Okay. Sehr stark mit einem neuen Station. Ja, habt ihr, habt ihr. Spike ist so gut. Ja, der Heel ist krass. Sau stark, sehr stark, sehr stark. 1-0. Boah, sau stark, hä? Geil. Okay. Da ist er direkt. Das ist gut hitten. Das ist Talo. Buster kann ich pullen. Ja, hä? Was sagt er da? Okay. Nice. Ja, safe, safe, safe. Ist gut. Kill ihn nicht. Achso. Egal. Okay. Ein Kill. Dann haben wir schon mal den ersten Win in Best of 3. Oh, ich habe gute Hits hier direkt getroffen. Ist gut. Jetzt kann ich die Station nicht hören. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nein. Die Bastards hat schon Ulti. Er chillt er wahrscheinlich. Was ist denn, ne? Da ist er doch noch im Durchsch, hä? Ja. Selber lass Spike buchen. Du kommst halt Ulti durch. Oh. Ah, habe ich nicht getroffen. Ich versuche Spike zu holen. Spike ist one shot. B.O. Oh, dieser Bastard, die ganze Zeit. Das geht's doch gar nicht. Jetzt müssen wir rausgehen, komm. Den müssen wir bekommen. Ja, haben wir. Ja, sehr gut. Schön, 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 schön. Jetzt können wir ihn richtig gut einstecken, da. Tank für mich. Okay. Let's go. Kein Big Hit. Soll ich töten? Offen sie? Einfach nach vorne laufen. Ja, ja, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Wenn er Spike hier bekommt, ist verloren. Okay, sehr gut. Stimmt. Stark, 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 stark. Ach, das war's schon. 2-0 gewonnen. Oh, stark, Mann. Ey, mein Bildschirm ist grad irgendwie 10% dunkler geworden. Ich keine Ahnung, was es immer ist. Da ging aber nur plus 58. Schade, Mann. Ich hab vielleicht Hype und Charge. Ein Hit. Ich bleib links Sniper. Schön. Ja, ist sehr gut. Stark für dich. Ich gadget für dich. Nee. Kannst du denn jetzt? Ja, saustark für euch. Leben auf Plattenfrist? Ja, ja. Ich chill jetzt. Oh, ich werd getappt. Nicht gut. Ja, die Bälle sind nicht schlecht. Ist sehr gut, Jonas. Ja, ich muss beide bekommen. Oh, shit. Harajaj. Fishback. Geh rechts. Geh du rechts. Ja. Spike double tap. Ich pusht rechts bisher. Sehr gut, Jonas. Ja, haben wir, haben wir, haben wir. Ja, ich darf am Anfang einfach nicht so sterben. Ihr habt das sehr, sehr stark gespielt. Versuch einfach nicht zu sterben, weil dann stell ich mich da rein und dann kann die. Ja, ja, ja. Okay, ich bin schon fast down. Perfekt. Aber ist okay, dann kann, ich hab die ein bisschen gehittet, du kannst das wieder. Genau. Sehr schön. Perfekt, saustark, saustark. Genau so. Bleib in der Zone. Oder, ja, du kannst aber alles gut. Bleib so. Bleib ein bisschen sehr. Sehr, sehr gut. Okay, ich, ich bleib einfach in der Zone und halt das, ne? Ja. Ja. Was wäre denn jetzt für? Wo ist Charlie? Oh mein Gott, ich hab sie um den Cactus rum getroffen. Nice! Er hat auch raus. Ja, das ist sehr gut. Spike wieder gehatet, Chris. Nice. Ah, Kraft. Ja, wir haben, wir haben sehr gute, ne? Sieht gut aus. Ja, sieht sehr gut aus. Ich brauch zwei mal jetzt killen können. Das ist perfekt. Sau stark, saustark. Das ist ein Legendary 3 wieder. Äh, aktivier direkt Gadget. Hier so an die Kante. Also in die Mitte. Ja, perfekt. Genau. Und dasselbe jetzt links. Sekunde, ich bin fast down. Ah. Mega. Passt. Ja, ich... Passt. Ja, 2 gegen 1 höre ich. Ah, Gadget. Nee, nee, nee. Ja, mein Bad, mein Bad. Ich muss... Andere Seite nochmal auf. Hier links. Jetzt links, genau. Ganz links. Hier so? Mhm. Der reagiert mich so hart hier oben. Geh ganz runter und da. China ist close for old. Dein Job ist jetzt einfach nicht zu sterben. Ja, ich krieg's hin. Ich krieg's hin, ich krieg's hin. Hoffentlich erstmal. Ich muss echt ein bisschen defensiver. China ist old. China ist old. Probier's, Sprout zu pinschen. Hier ist Piper da oben. Aaaah. Neue Bad. Sehr stark, Chris. Saustark, hä? Komm. Er überlebt. Oh mein Gott, saustark. Ich hab 1 gegen 2 gemacht. Ich hab nichts gemacht. Junge, hä? Okay, wie spiele ich? Wieder mittig und einfach ein bisschen defensiv. Oh mein Gott, saustark. Also ganz auf die Seite. Ich glaube, ich darf einfach nicht sterben. Einfach nur halten, einfach ganz defensiv halten. Warte, ich hab Ult. Probe die beiden. Ja, Chris. Geh einfach. Stark, stark, stark. Danke. Sau stark, sehr gut, sehr gut. Ihr habt ja gut gespielt. Das war crazy, gut gespielt. Boah, Chris. Am Anfang läufst du durch die Mitte, machst diesen Block auf und gehst dann direkt wieder zurück ins Spawn und auf deine Lane. Ja, mach ich. Let's go. Ja, genau so. Du hast Pipe auf der Lane. Ist nicht gut. Bleib einfach nicht bei der Wand, du machst gar nichts. Einen Schuss hab ich gemacht. Ich kann doch jetzt nicht die ganze ohne nichts machen, oder? Sag du. Ich bin wohnsam. Ich helfe ein bisschen drüben. Ich helfe ein bisschen drüben. Ich hab mit auf Piper getroffen. Ich glaub ein bisschen muss ich schon mithelfen. Ich kann euch jetzt nicht eins gegen zwei, zwei gegen drei machen lassen. Naja, wenn dich Piper halt einmal hitted, bist du tot? Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Nice, doppelt getroffen. Ja, da bin ich tot. Stryper kann das holen, wenn er jetzt die Pipe bekommt. Oder in Sprout. Nein. Oh, ich seh's. Scheiße. Ach, hätte ich jetzt schon gemacht. Stryper schon mal, dass du ihn in die Pipe bekommst. Hab sie. Sau stark, saustark. Ich hab auch Ulti direkt, das ist sehr gut. Ich hebe mir die Ult erstmal auf. Tina ist auch Ult. Ja, ich hebe mir Ultis einfach auf. Okay, Sprout ist oben links mit Wand. Ja, ich hebe mir die Ultis einfach auf. Okay. Ist schon. Äh, Chris wollte die letzte Game tauschen. Ich will Pearl links und Brock rechts. Ja. Mach ich mehr. Ja, wartet einfach. Das ist ohne die reindrückt. Ja, der Jean hat Ult, ne? Der ist rechts. Ja, der ist rechts. Ich will irgendwie, dass der Ult waster da war. Eigentlich kann ich hier nicht töten, aber... Der Jean könnte Seite wechseln, könnte jetzt hier sein. Also bisschen auf... Besser, ja. Voll Call. Der war der jetzt mit Ulti. Ich versuch High for Charge, du bekommst. Ja. Ja. Hol dir schnell, Jean, hier hinter. Ja, okay, er geht sterben. Nice, das ist... Okay. Soll ich die Ulti direkt irgendwo drauf klatschen? Oder erstmal warten? Mal aufheben, oder? Aufheben, oder? Sniper wartet kurz, falls ich ihn low mach. Sniper... Nein, nein. Ich fahr untenrum. Mach ihn low. Na, ich... Ich hab Hyper denn. Ich kann ihn nicht low machen. Auf. Nein! Mein Ult hat einfach gemisst. Musst aufpassen nicht. Ah. Oh, gut, wir werden dem... Ja, ist es, ist es, ist es, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, Junge. Chris? Ja, warte kurz, Bro. Ich krieg jetzt... Schön, 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 schön. Ey, das ist so stark gespielt, Junge. Heimat Gelder. Heimat Gelder Sniper. Warte, ich geh hinter und ulte. Überleb einfach. Ich täusche nur an. Ich fahr nochmal ne Runde. Ja, Junge, hä? Nice. Sau stark. Ey, das ist zwar richtig gut gespielt von euch. Ja, aber das 46 tut natürlich ein bisschen weh. Chris? Der ist da hinten. Aber der sollte nicht rauskommen. Ja, ich hab nur... Ja, ich hab nur... Ich hab nur Gems bekommen, egal. Ich fokuse den Leon. Leon kommt links. Schön. Reingeholt hier noch. Nein, lass machen. Ich ulte einfach weg. Der kann mich nicht killen. Oh! Der war weg. Der kommt nicht raus, der kommt nicht raus. Ja, gut. Nice. Oh mein Gott. Ich laufe mit den Gems. Der kann es überleben, pass auf. Ey, sogar gut, wenn du stirbst. Weil dann so kommst. Ja, egal. Ich bin jetzt... Jetzt ist es eh zu spät. Ich mein... Ich hab Hyper-Starch außerdem. Das ist, glaub ich, okay. Ich hab gleich ult. Ein Hit. Ja, sau stark. Sau stark. Ah, das war auf jeden Fall, glaub ich, ne gute Idee, mir Primo zu geben. Fang hat ult. Na, ich bin down. Oder? Nice. Nice. Sehr schön, wichtig. Irgendwie überlebt. 16 Gems. Okay, ich nehm den einfach. Dann. Ist okay, ist okay. Chris, ich helfe dir mit Ulti. Äh, Leon und Ulti, Cyber. Leon und Ulti, geht zurück. Leon, ich sehen wir's, glaub ich. Ja. Ja, Chris, wenn drei in uns im Spawn sind. Probier uns zu helfen. Oh, 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 Hyper-Charge. Ulti, okay. Ich muss erstmal healen. Stark von euch, Stark von euch. Habt ihr. Komm, Phil. Ich hab keine Ammo. Äh, Fang hat Ulti müssen weg. Nein, er Ulti nach oben. Der Leon lebt noch. Sehr guter Job. Komm. Boah, dieses Healing. Das gibt's nicht. Der stirbt nicht. What the fuck? Oh mein Gott. Pull it. Nice, nice, nice. Okay, jetzt versuch ich die App so richtig abzufucken da vorne. Äh, Chris, sag mir ob Fang noch ein Gettet hat. Äh, warte. Ich seh's nicht. Der ist ein Bursch. Der kommt hier nicht raus. Hat der? Der ist nicht mein... Bro, wo ist der? Leon kommt Leon? Sau stark. Sau, sau stark. Geil. Aber bitte kriegen wir mal ein bisschen Plus dafür. 92, geil. Wichtig. Snipe hat übrigens auch einen eigenen YouTube-Kanal. Link dazu ist ganz oben in der Beschreibung. Auch Chris hat einen Kanal auf Instagram. Schaut also gerne vorbei. Und lasst natürlich unbedingt auch hier ein Abo da, wenn ihr solche Projekte zu Brawl Stars in Zukunft nicht mehr verpassen wollt. Und wir sind inzwischen auch bei fast 700.000 Abonnenten. Vielen Dank. Du bist rechts, Jonas. Du probierst immer auf Mr. P zu bleiben. Sie wissen glaub ich nicht, dass ich ult hab. Chris, ich geh hinter und ulte. Ja, abgefällt. Sau stark, sau stark. Deswegen spielst du Pöl. 2 AP. Nein, Cyberdorf. Cyberdorf. Oh, alles gut aus dem Sterben. Ja, alles gut, alles gut. Okay, er dürfte, glaub ich, sogar sterben. Ja, ist das noch gewesen. Mr. P ist ja auch echt ein bisschen nervig mit denen. Zu lange keiner Ult hier hat. Ich hole ihn. Nice. Geil. Hab Merk getroffen. Chris, ich hab ne richtig schlechte Position. Oh. Dringend Hilfe. Oh. Jo. Das ist so lächelig, dass du überlebt. WTF. Grüßt du sie, Chris? Du musst sie holen. Ja, ja. Geht's mit abgeschwallen. Ja, ich darf sterben. Du darfst sterben. Ja, darf sterben. Ja, darf sterben. Ja, darf sterben. Nein, er stirbt. Oh mein Gott. Oh lol, was? Geil. Okay, wie viel habe ich Plus bekommen für die Runde? Ja. 95 ist sehr stark. Sehr stark. Die sind mythisch. Wir werden Minus bekommen. Hä, what? Die sind hier mythisch? Die spielen als Team. Ja, ja. Die boosten die beiden mythischen Spieler hoch und der Legendäre hilft einfach nur aus. Ja, ja. Aber trotzdem, das ist ja crazy. Ja. Der Spinne. Na ja, sozusagen habe ich es auch für mich gemacht. Ich bin jetzt schon Legendary 2. Ja, ja. Mythisch. Zwei mal. Gegen Emma bin ich nicht so gut, oder? Gegen Emma müsste er wegbleiben. Ne. Die haben Lanes getauscht. Kannst du schon dagegen spielen, aber auf Distanz? Ja, dann gehe ich mal andere Lanes schon mal rüber. Passt. Oh. Ist okay, dass ich sterbe. Die haben keine... Die Gems liegen lassen, oder? Äh, nehm, nehm. Nehm? Ja. Aber sechs Gems ist jetzt... Fänger. Ah, ich habe jetzt Ulti. Ulti aufheben, denke ich, ne? Ja, ja. Wegen dem Fang. Den kann man pinchen. Du hast sechs Gems, oder? Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Fang jetzt zweifel Ult. Sehr gut. Roll fast down. Schön, schön, schön. Okay, jetzt... Die Emma würde ich sehr wahrscheinlich... Ja, jetzt musst du hinter. Ich werde den Jam bekommen, den letzten. Das ist sehr gut. Ich habe jetzt Ulti. Ich habe noch Spinnen. Fang hat Gold. Fang hat Gold. Ja, ich habe auch Ulti. Ist okay. Einmal auch Ulti. Achtung. Ich habe gleich Hype. Ich habe gleich Hype. Ich habe gleich Hype schon. Sehr gut. Ja, saustark, saustark. Sehr schön. Ja, ich glaube, die sind wirklich mütlich. Das merkt man auch. Aber wenn, dann kriege ich jetzt bloß 5 oder so. Ich habe mal plus 0 bekommen. Das ist kein Witz. Mit ein Win? Ja, das ist möglich. Ja. Das ist ja wirklich... Also da würde ich mich echt verarschen. Junge. Also ich hätte selbst nicht gedacht, dass es möglich ist, aber... Ja, es soll auch nicht möglich sein. Das ist ja wirklich ein Witz. Lane tauschen. Dann kriegst du minus 300 oder so reingedrückt. Keine Ahnung wie viel. Sicherlich. Spielt beide jetzt sehr offensiv, dass ich die Gems picken kann. Also spamt alles raus, was ja... Habt den Colt. Ja gut, das war ein bisschen dumm, vielleicht den da reinzupacken sogar. Alles gut. Wir haben Megawall. Normalerweise schon, ja. Sehr, sehr schön. Aber gut. Andererseits, wenn die jetzt wirklich... Schauen. Bin ich sehr gespannt. Ich habe ein bisschen Schiss, die ich vielleicht kriege. Wahrscheinlich nichts. 24. Boah. Besser als nichts. Okay, Triple Master. Master. Haben wir es schaffen, ja. Auf geht's. Okay. Yves ist links. Nein, ich bin schon mal. Ah, vorbei. Jetzt irgendwas dieser Big vom Ross fangen könnte. Geil. Ja, ich muss... Oh mein Gott. Kill. Wow, 100 HP. Okay. Äh, Chris. Ich vielleicht. Es ist nicht schlimm, dass wir hier so angequetscht sind. Ist okay. Beschütze mich. Push, push, push. Ah, okay. Jetzt ist egal. Ich bin fast down. Er hat Ulti. Lass mich mal direkt rechts gehen. Ich komme mich um, oder? Ja. Äh, Mac bekommt eh keine Ult nächste Runde. Also wenn sie Ult hat, verlierst du die wieder. Lass mich mal rechts gehen. Ja. Ich habe Ulti. Passt auf, äh, Genert Ulti. Der wird dich wahrscheinlich nicht da reinstellen. Hinter der Wand. Wie in rechts. Er ist bei dir. Nice. Nice. Sau stark. Ich muss gampen. Ist aber gut, ist gut. Ist okay, ist okay. Gen pull. Ult, oder? Nein. Boah, 16 HP, egal. Ja, saustark, saustark. Okay, jetzt... Am besten habt ihr jetzt einfach noch Ulti, ne? Ja, Slyfer Ulti ist am besten. Also meine Ulti ist auch gut, aber... Ja, das weißt du. Da ist nicht Lust. Äh, Chris soll ich diesen einzelnen Block in der Mitte wegmachen? Ja, aber pass auf, Genert Ulti, ne? Ja. Wo ist der? Gen ist links bei mir, ich muss aufpassen. Gen immer noch Poli, ich muss echt aufpassen. Warte, ich bring mal die auch raus aus dem Roboter. Geht's wieder chillen? Geht kein Roboter mehr? Sehr gut. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nice. Ah, saustark, Mann. Oh, Junge. Saustark. Der Pole hättest noch comeback können. Oh, oh. Chris, probier mal ein bisschen Druck aufzunehmen. Hab's ihn. Ja, das war's. Jetzt einfach, GG. Ja, das haben wir's eben. Sau stark. Sau stark. Achso, S1-0, okay. Ey, diesen Triple Master, wenn wir das gewinnen, ist sehr gut. Ist irgendwie keiner auf der Lane. Ip ist irgendwie gerade oben. Ich bring jetzt ein bisschen rein. Warte, spinn. Nice. Weifer, Junge. Ja, schön. Stirbst du? Sau stark, sau stark. Wer farmt Ulti am besten? Er? Am besten jetzt zu sterben. So. Saber, oh mein Gott. Okay. Okay. Du kannst die eigentlich pushen, Jona. Ja, also eigentlich kann ich eh, ja. Okay, komm, wenn wir jetzt gewinnen, haben wir bis zu 3 gewonnen. Das war sehr, sehr krass gegen die. Das wär übel wichtig jetzt. Ich hab noch 3 Gadgets über. Ich hau die gut raus die ganze Zeit jetzt. Ja, die sind wieder irgendwie. Okay, die sind dort. Ja, sau stark. Jetzt mach ich direkt das erste Gadget um Druck zu machen. Ja, wichtig. Ja, habt ihr. Habt ihr sau stark gespielt wieder. Ja. War jetzt die Frage, wie viel Plus krieg ich? Oh, bitte. Zu Richtung 100 wär wichtig. Ja. 99. 99. Ich bin bei 8773. Das ist sehr, sehr stark. 220 Punkte noch. Ich spiel ich. Ganz defensiv, ne? Du bist einfach Mitte und hältst. Ey, du rennst instant vor, holst den ersten Stern. Colette wird dich fokussen. Sollst du trotzdem bekommen. Und ich soll den trotzdem holen, den ersten Stern? Ja. Master. Okay. Nicht sterben. Einfach geradeaus vom Stern. Okay. Okay, und jetzt tschüss einfach nur noch dahinter, bis jemand kommt. Bleib da einfach drin. Ja. Oh ja, Colette. Stimmt, stimmt. Nevermind. Schlechter Call. Ach, scheiße. Hab ich sie? Nein. Das war schlecht. Kannst du auch Teleport bestimmen? Ein gutes Colette holt. Schön, schön, schön. Wir haben die. Oh mein Gott. Stark, stark, stark. Ich hab wieder Gadget. Katsopp. Ja, ne, das ist so weit weg. Junge, es ist so... Ich kann halt nicht viel machen. Jemand hat so viel Leben. Mit an mich. Zeigen. Chris, du musst wirklich Jonas helfen, das ist die... Colette hat ulti und type a church. Ja. Ich muss dich jetzt ein bisschen wegdrängen, meistens geht er nicht, sonst killt die mich instant. Colette ist so stark hier. Wicked. Oh je, 5000. Tausend. Ich bekomme von einem Colette Team Kater, äh, Damage Rolls. Das ist fun. Ich konnte nicht ulten. Okay. Keiner tot. Hab 8-Bit. Nice. Lol, was? Gut. Wir sind aus der Situation rausgekommen. Crazy. Mach ich da vielleicht nicht... Also Chris, wenn du stirbst, war's nicht gut. Ich hab nichts gesagt. Nice, 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 nice. Ich hab gar nichts gesagt. Ich hab die gesplode. Easy. Nice. Ich hab immer was gemacht. Junge, es ist so random für mich einfach, wie ich die ganze Zeit nichts machen kann als Frank mit... Ja. Ja, ich genau. Liebig. Hype ist der Einzige, der was... Ja, 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 ich merk's. Normalerweise hätte man ja Dings auch nicht gepickt unbedingt, ne, wie heißt... Ja. Crow ist... Crow ist echt random für den Mero-Bodus, oder? Ja. Schön, 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 schön. Sehr guter Jump. Sehr guter Jump. Ist hier die ran? Haben wir. Nice. Noch Alt-Bit vielleicht? Ich curve sie noch kurz. Ja. Mei, ich hab... Ist egal, ist down, ist down, ist down. Ich bin gesnaut. Ich werde nicht hin sterben. Oh, sehr gut. Ah, ich dachte du... Ja, beide gestarnt, egal. Ja? Colette hat Hyper-Charm. Ist okay, ist okay. Ja, wir müssen aufpassen noch. Wir führen 9-5. Wir beide dürfen nicht sterben, Jonas. Einer von uns. Ja. Die Cyber-Charm sind nicht sterben. Was hat 8-Bit da? Colette macht Probleme rechts. Nein! Hast du, hast du. Sehr schön. Fünf Sterne geholt. Sau stark. Wir beide haben nur zwei Sterne. Hab ich ihn reingez... Ah, geil. Colette hat Hyper-Charm schon holt, ne? Aufpassen. Ja, saustark. Jetzt einfach... Ja. Sau stark gespielt. Also, irgendwie war das gut, aber ich bin so schlecht hier. Der Frank war so gut halt, dadurch, dass ihr dann so viel Leben hattet. Ah, Junge. Frank dem Modify zu nehmen ist dann auch. Da bist du wirklich nur der Typ, der in der Ecke steht, ne? Ja. Wo? 440 ist okay. 8818. Das ist sehr, sehr gut. Jonas und ich spielen Doppel-Mitte. Also, Jonas, du bist eher Mitte, aber ich helfe ein bisschen. Okay. Okay. Auf geht's. Auf geht's. Ah, Steam hab ich total lost. Checkt. Genau. Okay. Geen ist ein Bot. Der ist 100%-Bot. Pass. Überlebt. Sehr schön von euch. Sehr schön von euch. Der Geen ist wieder da. Ja, solange ich rechts da drin stehe, kommen sie schwer rein. Ja, saustark. Der Geen gibt glaube ich auch auf. Was hast du denn mit dem los? Ich weiß nicht. Vielleicht hat der Legs. Ja, weg zu. Einfach konzentriert weiterspielen. Ist okay, ist okay. Das macht der Geen. Spy kommt zur Seite. Ja, ist okay. Ich glaub der spielt nicht. Junge, du bist du. Irgendwie viel Dash hast du bitte. Sehr stark. Ja, saugeil. Oh, das war jetzt richtig richtig. Wenn er einfach sein, dass er Disconnect hatte und dann gleich jetzt besser spielt. Püppel Daumen nach unten. Sieht man selten. Sau stark. Sau, sau stark. Okay. Genauso nochmal. Und diesmal aufpassen, weil der Geen wahrscheinlich nicht mehr auf K sein wird. Na, der will jetzt nicht mehr. Auf K, so wie es aussieht. Jeder ist rein. Du müsst jetzt... Nein, ich bin tot. Aber es ist fine. Chris ist... Nein, ich ist auch tot. Sehr gut, sehr gut. Jetzt muss ich aufpassen, sich die... Ich glaub Spike, bleib in der Mitte. Musst du gar nicht anschießen. Ja, ja, ja. Ist okay, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ist also wichtig, dass ich die behalten habe. Full Geen, okay. Und Spike, nice. Guter Teil. Ja, ich... Geen die Spawnshot. Der... Der roist seine Schüsse. Der bleibt low. Das ist dumm, was der macht. Ich weiß nicht, warum er das macht. Das stimmt. Ich bin richtig. Boah, Pull auch gefehlt. Der spielt ganz komisch. Keine Ahnung, was da los ist. Egal, komm. Einfach... Bleib bleiben. Wir stehen jetzt zu Null gerade. Ich schieße ein bisschen rechts. Alle One-Shot. Ja, was... Narnie. Narnie. Ist okay. Ich hab jetzt die Wirkung verloren. Das ist schön. Ja, keine Ahnung, was ist irgendwie komisch. Ich bin fast down, aber ist jetzt egal. Ja, 100. Krass. Okay, okay, okay. 8.665. Je nach ganz rechts, Chris. Oder so. Oh mein Gott, die Ambers ausgelist. Immer Ambers low. Sei bei Ambers low. Nice. Gail ist auch low. Schön. Mach, 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 mach. Über rechts, über rechts. Ah, ist durch links, sorry. Nein, ich hab... Ah, ich hab den Trickshot gemisst. Alles gut. Alles gut. Ich dachte schon, das wäre Absicht gewesen. Wir haben eine sehr gute Kontrolle, ja. Ich hab Pull. Ich fahr nochmal ab. Pull den Riku. Ja. Sehr guter Pull, jetzt ist offen. Du kommst hier. Nice und fast. Sehr gut. Sehr schön gespielt, danke. Danke für den Call. Wurde ich jetzt auch selber, glaub ich, gemacht, aber ja. Chris, geh über ganz rechts, wenn's geht. Ja, Bro, ich chill einfach ein bisschen in der Mitte, also. Genau, so nach links. Weil wenn... Ich mach da mal auf, damit du mehr Value hast. Mit Jean. Ja, ich hab Pull. Wo ist die Amber? Okay. Ich muss irgendwo bei euch sein. Ich seh grad... Bist du über ganz links pushen, Chris? Geal, erst mach ich mal. Amber ist da. Amber ist da, Amber ist da. Riku. Mhm, Schade. Ist okay. Saber, Trill, ich geh wohl mit Rico raus. Lade Leben auf Jonas. Ja, heal. Gale ist one shot. Ich hab Gale in der Ult getrun. Ich hab Hyper Church. Amber hat mich, egal, schön. Ja gut, das ist Hyper Church sehr gut. Ich komm gleich zurück. Also Crisps, so ein Break und dann ein Score, du weißt. Ich bin tot leider. Sehr gut Crisps, Bombe. Sau stark, sau stark, sau stark. Ist okay, wir haben Leads, chill einfach. Ja. Wir müssen nicht 2-0 gewinnen, ich nehme den Ball. Emma war gerade gut low, ist aber nicht mehr. Ist okay, ist okay. Ich score das, alles gut. Ja, schön, schön, schön. Sehr schön gepickt von euch. Ey, wenn wir das gewinnen sind bei 8100, das wäre total krank. Die scheinen alle irgendwie rüber zu gehen. Sehr gut, aber trotzdem. Wir können immer noch spielen. Rauscht da von euch wieder. Ich versuche Ul zu bekommen. Sniper, warte. Nice. Okay, jetzt ein Tor, dann hätten wir es. Wie hängt der immer über dem Tor eigentlich, immer nach den Toren? Hängt irgendwie da immer jemand an der Ecke? Oh, ich war ein bisschen zu offensichtlich. Okay, ja. Küsst der Gale, macht es Wachsen. Ich habe links auch gemacht, damit wir Vision haben. Ja, sau stark, sau stark. Das ist sehr gut. Kannst mir passen, dann kann ich scrollen. Pass hier, pass hier, pass hier. Passkette? Okay, die geben wir auf. Ja, sau stark. Ey, jetzt ist es richtig gut. Okay, wie hoch bin ich? Das ist bitte gut los. Ach, nicht so viel, oder? Ne. 8912. Best, wenn wir Glück haben, zwei, wahrscheinlich eher drei Games. Werden wir gewinnen, es könnte das vorletzte Game sein, wenn wir Glück haben. Auf geht's. Nicht angespannt sein. Ah, schaffen wir, schaffen wir. Ah, hab ich dabei hätten lassen, war nicht so gut. Der Spike hat nicht ein-Hit-Gehtes. Nice. So, meinst du Spike Spawnshot? Spike Spawnshot? Ich pushe den bisher. Weiter so, Chris. Boast. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Mach Gadget hier. Ah, ich bekomme einen Ult. Habbo. Ist er noch im Boast, ne? Oder Gadget einfach. Sehr gut. Sehr. Nice. Hab ich dich. Sehr, sehr, sehr gut. Ah, das war lost. Ich wollte den jetzt drücken. Spike hat keinen Bock mehr. Ich glaub, der tauscht gleich Lanes. Ich muss grad ein bisschen zurück. Ich flow die Ding, Charlie. Focus Sniper. Warte. Ich hol lieber Bo. Ist er auch cool. Ich hab die Minen ausgelöst. Geh oben in den Buschgrößen. Und bleib da. Sechs AP, Junge. Sechs AP, Mann. Sehr schön. Leben auf Lani, wa? Ja, hab den noch... Ah, war lost. Wie lange ist er angezündet? War trotzdem lost. Ja, aber wir haben 100 zu so gerade bisher. Ich hab WP Gold. Sau stark. Ich komm wieder rein. Ich glaub, der ist saustark eigentlich grad. Ich hab hype gecharged. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt nicht hier so chippen jetzt. Oh mein Gott. Aber ich hab Gold. Ist frei. Sollten da eigentlich schon. Passt. Ja, haben wir normalerweise. Sau schön. Wie oft sag ich das? Schön. 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 Nice. Okay. Genauso nochmal. Genauso nochmal. Dann haben wir es fast. Aber ich glaub, die werden Lanes tauschen. Lass auch mal tauschen, Jonas. Lass mich rechts gehen, oder? Ja. Das ist so hoch jetzt. Komm. Jetzt gewinnen haben wir es fast geschafft. 8.112 vor dem Game. Jetzt gewinnen sie mir jetzt davor. Auf gehts. Ja, ich spiel jetzt jetzt runter. Ich spiel jetzt super rein. Nice. Wir haben getauscht. Ja. Ich spiel seit dem Wasser wieder. Alles gut. Schön. Spike ist slow one shot. Spike ist down. Sehr schön. Sehr schön gespielt, oder? Charlie ist auch one shot. Sehr stark. Sehr stark. Voll Prozent hier, Chris. Ich fokuss ihn. Ich bleib jetzt mal hier vorne. Ich muss geld. Okay. Boah. Stu Speed hat nicht gerettet. Okay. Dann haben wir wieder Lanes getauscht. Ist okay. Öffnet mich. So schnell wie es geht. Ja, Bro. Ich hab den Schuss noch auf. Ist okay. Ist okay. Ich heal kurz. Ist okay. Willst du, sagst ich links? Links, Spike? Oder? Ich gehe links. Ich gehe rechts. Ich gehe rechts. Ich gehe rechts. Fokus. Geh ja nicht sterben, Jonas. Am besten. Ich hab Ult. Ich slow die. Hab ihn. Nice. Habt ihr sehr schön gemacht. Richtig starke Runde. Das müssen wir eigentlich einfach nur noch halten. Hier einigermaßen haben wir das. Ja, ich versuche mit Hypershotes rein zu gehen. Das bringt gar nichts. Spinnen bringen auch nichts. Swag ist one shot. Swag ist 200 AP. 1000 AP. 1000 AP. Ja, ich habe einen Charly gewonnen. Let's go. Wirklich schön gespielt. Auch ein guter Call mit Ember. In kein einziges Mal gestorben, glaube ich. Über einmal? Ich weiß nicht. Nice. Oh, okay. Jetzt ist echt krass. Jetzt sind wir bei... Ah, bloß 5 zu 1. Geil. Guter Call. Wir kriegen bloß 23. Scheiße. Wahrscheinlich die letzten zwei Runden. Ja. Triple Master. Kannst du hier der letzte sein? Chris. Wir werden vielleicht Oku Charlie auf eine Lane schicken, dass sie einfach durchrushen können. Okay. Hier rechts. Wo gehe ich hin, bitte? Geil bitte, wir gehen bitte. Okay, auf geht's. Werden wir gewinnen, könnten wir Master sein, Leute. Auf geht's. Was ist das jetzt hier? Hä? Ich habe Poker auf meiner Lane. Alles gut. Ich bin tot, aber ist fein. Ich muss zurück. Ich kann noch nicht damage. Versuch ults. Alles rechts. Okay. Links. Äh, ja, ja, ja. Sobald du ult hast, Chris. Unsafe. Oh. Nice. Versuch Jonas ult zu geben. Oh mein Gott. Schade. Ich komme nicht dran. Schade. Hä, was machen die denn da? Was spielen die das? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Muss ich auf den Tresor schießen oder einfach Ult farmen? Ja, ja. Am besten Ult farmen, aber wenn es nicht anders geht, schieße ich auf den Tresor. Okay. Ab gleich Ult. Ab gleich Ulti. Kai, passen Bot. Das ist saugut. Hä, was machen die denn? Hä? Das Triple Master. Okay, let's go. Komm, wenn wir gewinnen. Es kann sein, dass wir Master sind. Ich denke aber nicht. Vielleicht hat der Poco keine anderen Brawler und war wie wir. Also ich und Chris. Ja. Mensch, wenn ich jetzt so Master habe, ich glaube nicht ganz. Aber schauen wir. Komm. Erstmal gewinnen. Kann sein, dass es Master wird. Auf geht's. Jetzt aber wollen wir double links. Ja, hätte man machen können, aber... Ich hab schon wieder Poco auf meiner Länder. Was ist das denn? Der lässt sich auch saugut hitten, vor allem die ganze Zeit. Ich hab das Ulti. Ich ignoriere den doch einfach und laufe einfach weg, oder? Ja, ja. Ist gut. Kann man machen. Aber wenn du ihn holen kannst. Ich hab das Ulti. Ich hab das Ulti. Die Piper wirkt afkar. Die Pipe ist links hinten im Busch wegen des... Nice. Hab sehr viel... Hä? Ich weiß nicht, was die machen. Was machen die denn? Mach die Pipe, die hat diese Busch da vor und chillt hinten links. Und macht die ganze Zeit Gadget auf mich. Ich glaub die... Ich weiß nicht. Hä? Was ist das? Okay. Keine Ahnung. Wenn das jetzt ausreicht. Hoffentlich. Oh mein Gott. Okay. Ich bin Master. Was? Was war das für letzte Gegner? WTF. Ich hätte eigentlich gern fast ein spannenderes Game gehabt. Aber da scheiß drauf. Oh mein Gott. Was war das für letzte Gegner, man? Hä? Ob wir genug Plus bekommen haben? Ja, da ist er doch. Da ist der legendäre Startup. Für Meister. Okay. Drei. Zwei. Eins. Außenblink. Welcher Platz bin ich? 264. Solid. Über 30 Stunden damit für Meister gepusht. Wir haben es wirklich geschafft. Ich hab den Busch durchgezogen. Danke nochmal für den absolut kranken Support. Bis hierhin. Wie gesagt. Lasst unbedingt natürlich ein Abo da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Zu solchen krassen Projekten. Rang 35 Plus werden auch noch in Zukunft kommen. Und bis dahin. Denkt gerne. Ganz rechts im Shop. An Creator Code Jonas. Wenn ihr mich kostenlos supporten wollt. Gerne auch alle sieben Tage neu antragen. Da ist auch der Abstand verlinkt. Und danke für den krassen Hype aktuell. Wenn es so weiter geht. Schaffen wir auch die eine Million Abos dieses Jahr. Danke. Ich versuche es zurückzugeben. So gut es geht mit solchen Projekten und Videos. Und bis dann. Ich versuche es zu sehen. So gut es geht. So gut es geht. Vielen Dank.